Du siehst richtig nervig aus in diesem Ledersessel mit dieser Designer-Brille, die du aufhast. Du siehst schon wieder aus, als hättest du wieder deine drei Millionen mehr auf dem Konto, Julia. Was ist passiert? Hä? Richtig die abgehobene? Hä? Also sorry, aber diese Brille ist von Berschka. Die hat zehn Euro gekostet und die ist einfach geil, weil ich habe so eine orangene Sonnenbrille an, also so mit so orangenen Gläsern und das ist einfach ein Filter in Real Life. Ich will die wirklich gar nicht mehr absetzen, weil alles einfach tausendmal schöner durch diese Brille aussieht. Ist kein Witz. Leute, es ist wirklich ein krasser Tipp. Kauft euch eine Brille mit orangenen Gläsern, ihr werdet die nie wieder absetzen wollen. Es ist so, kennst du diesen Los Angeles Filter von Instagram? Aber du musst es halt auch noch zu Ende bringen. Leute, kauft euch auf jeden Fall auch eine Brille, die cool mit diesen Gläsern aussieht. Nicht so wie Julias, die so aussieht, als wäre sie einfach nur rich as fuck. Hä? Sieht die echt so aus? Du siehst so eingebildet mit dieser Brille aus, Julia. Es geht gar nicht. Ehrlich? Jetzt willst du mich verarschen? Aber ich glaube, es liegt auch einfach an diesem Zimmer, wo du sitzt, in diesem fancy Ledersessel. Das wirkt euch so die Kombination. Weißt du, du bräuchtest noch so einen Starbucks-Cup jetzt, an dem du ab und zu so sippst. Und irgendwie so dein Handy, was du ab und zu so in die Hand nimmst und daran rumtippst. Und da sind dann ganz viele Swarovski-Kristalle in allen Farben dran auf der Hülle, weißt du? Irgendwie so, das wäre jetzt der Vibe. Wenn du jetzt gerade meinen Ausblick sehen könntest, würde es halt auch nochmal komplett dazu passen. Weil ich sehe gerade, ich gucke gerade auf unseren Pool von unserer Villa und direkt davor einfach der Strand und das Meer und tausende an Palmen. Living the Jet Set Life. Und ich muss sagen, ich kann mich nicht beschweren. Und ich werde diese Brille jetzt auch einfach wieder aufsetzen, weil es auch einfach draußen alles viel schöner aussieht. Ist doch auch okay. Du siehst viel schöner aus, es ist alles einfach schön. Und wenn ich mal zur Abwechslung mal schön aussehe, dann muss das ja was heißen. Also lass sie gefälligst auf, weil wir müssen jetzt anderthalb Stunden miteinander auskommen hier. Ich hätte nicht gedacht, dass du noch schöner aussehen kannst, aber durch diese Brille geht es. Ey, aber guck mal, ich war beim Friseur und ich habe nichts von meinem Pony wegschneiden lassen, sondern wirklich nur so die Seiten und hinten. Und es sieht so viel besser aus, oder? Ich habe vorher noch gedacht, das sieht gut aus. Ja, ne? Ja, es sieht super aus. Und das war mein ganzes Geheimrezept. Ich dachte immer so, ja, for me, it's the hair transplantation ab nächstem Jahr, weil keine Frisur mehr funktioniert. No, it's just growing the hair. Und ich habe mir einfach nur immer das Pony viel zu kurz schneiden lassen, ich dumme, hässliche Mistkuh. Äh, stopp, werden deine Geheimratsecken immer doller, oder was? Nee, das ist es ja. Aber ich dachte mir irgendwie, ja, auf einmal geht's ja nicht mehr. Auf einmal sieht's immer kacke aus. Und deswegen dachte ich so, ja, okay, dann muss ich da jetzt was machen lassen. Aber ich habe einfach immer nur die Haare nicht lang genug wachsen lassen vor, ne? Das ist aber auch voll krass irgendwie. Ich habe, wir haben uns letztens irgendwann noch so Podcast-Aufnahmen angeguckt, glaube ich, als wir den neuen Trailer gemacht haben. Und da waren Aufnahmen bei, die sind auch gar nicht so lange her, aber da sieht's aus, als wäre deine Stirn so 13 Mal höher als jetzt. Das ist so schlimm und ich habe das nicht gecheckt. Ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, ja, scheiße, egal was ich probiere, nix wird. Ich brauche jetzt einfach so Haare auf meiner Stirn, die mir da drauf transplantiert werden, damit ich eine normale Frisur habe. Was ist los? Und jetzt ist es halt einfach, ich habe halt einfach nicht mehr das Pony schneiden lassen. Und ich weiß, es heißt eigentlich der Pony, aber für mich ist es trotzdem das Pony. Weil ich sage doch nicht mein, der Pony am Kopf, ne. Sorry, kommt mir nicht in die Tüte. Joey, ganz ehrlich, das ist nicht der schlimmste Grammatikfehler, den du machst, von daher alles gut. Hä, was ist ein Schlimmer? Das traue ich mir nicht. Ach so. Das regt mich immer noch auf. Ich höre das wirklich mittlerweile jede Folge, wenn ich die Folgen vorhöre. Das erste, also das Einzige, worauf ich die ganze Zeit achten muss, ist, wie du sagst, dass du dir irgendwas nicht traust. Ey, aber haben wir uns da nicht mal gestritten in einer der letzten Podcast-Folgen drüber? Genau, und kurz danach, kurz danach habe ich auch ganz viele DMs dazu bekommen, die alle das Gleiche gesagt haben wie du. Und dann habe ich das auch mal gegoogelt. Wirklich, ich habe mich mal wirklich hingesetzt und habe so richtig versucht herauszufinden, ob wirklich ich scheiße labere. Und dann habe ich herausgefunden. Okay, also du hast dich versucht mit der Kritik auseinanderzusetzen, das finde ich schon mal gut. Genau, und dann habe ich herausgefunden, ich habe wirklich scheiße gelabert. Und ich traue es mir nicht, gibt es wirklich nicht. Nein, gibt es nicht. Es gibt nur, das traue ich mir nicht zu. Ja, ich weiß, genau das stand dann auch auf der Webseite. Und ich glaube, du hast es einfach irgendwann, das letzte Wort vergessen. Und seitdem, das ist einfach, aber du sagst es immer und auch mit einer Überzeugung. Ich kann mir aber vorstellen. Als wären wir alle blöd. Ich kann mir vorstellen, dass ich das von zu Hause aufgeschnappt habe, dass das so ein bisschen Dialekt-mäßig ist. Also nicht Dialekt, sondern. Ja, das kann gut sein. Ja, Slang halt. Slang, weil zum Beispiel in Thüringen sagt man auch nicht, mir ist kalt an den Füßen, sondern mir ist kalt an die Füße. Das hast du bestimmt auch schon mal von mir gehört, oder? Ja, ja, das ist auch falsch. Und ich habe das jahrelang nicht gecheckt. Ich habe schon jahrelang in Köln gewohnt und alle haben mich immer schief angeguckt, wenn ich das gesagt habe. Haben mich aber auch nicht verbessert, haben also auch nicht gesagt, hä, wenn, dann ist dir doch kalt an den Füßen, oder? So, und dann irgendwann hat Wolfgang mal gesagt, Alter, kannst du das nicht mal bitte richtig aussprechen? Das ist ja peinlich. Und dann ist es mir aufgefallen. Ich denke immer, bei solchen Sachen, wenn du sowas machst und ich das merke, denke ich immer, dass du es so aus Spaß machst. Ja, so ironisch. Mir ist kalt an die Füße, dass du so, ja, so Joke-mäßig. Weißt du, was ich immer falsch sage, was, glaube ich, bei uns, glaube ich, Slang ist, oder ich bin es einfach und habe mir das angehört, ich weiß auch nicht, woher es genau kommt, aber ich sage immer, ich muss dahergehen. Aber eigentlich ist es da langgehen, weißt du, wenn man sagt, ich muss die Straße entlanggehen, dann sage ich, ich muss dahergehen. Du sagst, du bist die Straße dahergegangen. Am Haus, ich gehe daher. Okay, das ist echt wert. Also, ich gehe immer, ich gehe immer daher, so, weißt du, anstatt ich gehe immer da lang, das sage ich. Echt? Und für mich ist das so ganz normal und irgendwann hat mich auch mal jemand darauf angesprochen und meinte so, hä, bist du irgendwie dumm, das ist komplett falsch, was laberst du eigentlich? Aber es ist für mich ganz normal, ich dachte, das wäre richtig so. Also, es kann schon sein, dass du das schon ein paar Mal auch in meiner Gegenwart gesagt hast, aber es ist mir nie so krass aufgefallen. Aber das ist ja auch voll so, wenn man in der Heimat ist und dann alle so ein bisschen anders sprechen, dass man dann auch voll schnell wieder da rein switcht in diesen Sprachgebrauch. Was bei mir auch krass passiert ist, als ich zwei oder drei Monate in Berlin gewohnt habe, habe ich irgendwann angefangen, anstatt, wie ich das vorher gesagt habe, hab so Kirche oder Kirsche und so, hab ich so Kirsche und Kirche ausgesprochen, weil die das in Berlin anscheinend alle so gemacht haben. Und dann bin ich wieder nach Hause gekommen, hab mich mit meinen alten Freunden, also mit meinen alten Freunden, ich war drei Monate weg, mit meinen Freunden getroffen, mit meinen Eltern geredet und alle waren so, hä, wie redest du auf einmal? Das ist so krass, wie man sich das so schnell annimmt auch. Da haben wir doch gerade sogar noch drüber geredet, ich bin ja jetzt gerade mit Kim im Urlaub und du sagst die ganze Zeit, dass irgendwelche Redensarten, dass das so Kim ist, die aus mir spricht, weil ich mich einfach, man passt sich so schnell an, an irgendwie so seine Umgebung. Leute, Julia und ich haben vor der Aufnahme schon fünf Minuten miteinander privat geredet, kurz und da hab ich auch die ganze Zeit so immer wieder eingeworfen, ah, da hat mal wieder die Karamelle aus dir gesprochen. Ja. Aber es ist ja voll normal, Alter, wenn du 24-7 mit einer bestimmten Person abhängst, natürlich redest du dann irgendwie, also sie redet bestimmt auch jetzt so ein kleines bisschen mehr wie du, weißt du, man passt sich ja gegenseitig an. Außer sie ist der absolute Main-Character im Gegensatz zu dir und ist so, nee, also wie Julia rede ich absolut nicht. Nee, also an diese Person passe ich mich ganz bestimmt nicht an, das ist ja cringe. Praise the Karamella-Slang. Nee, gar nicht, aber, also ich weiß es nicht, ich merke das auch nicht, wenn andere sich an meine Sprache anpassen. Ich könnte das jetzt gar nicht so sagen. Ja. Also, ich hab letztens, ich hab letztens mit Wolfgang, ähm, darüber gesprochen, wie wir am Anfang unserer Beziehung so aus Spaß geredet haben. Und da hab ich noch, ähm, ganz, ähm, da war gerade dieses, ähm, Nadine-the-Brain-Thema bei Marvin und mir wieder ganz aktuell. Hier dieses Bon-Ecle-Half-E, ähm, in Leber-Morse. Oh mein Gott, ja, früher hast du immer so geredet, stimmt. Ja, und ich hab dann auch mit Wolfgang voll viel so geredet, wir haben uns dann so alte Sprachnachrichten angehört und dann reden wir die ganze Zeit, boah, ist alles scheiße hier und reden die ganze Zeit so, ja, voll peinlich, Alter. Ich hab mir das angehört, ach du Kacke, ey, wie hab ich denn geredet? Ey, das ist sowieso so krass, wenn man so Jahre später irgendwie so Sprachnachrichten oder sowas von sich selber hört. Leute, macht das mal, ihr werdet einfach wegcringen, ihr werdet euer Handy vom Balkon schmeißen. Das ist echt so. Wirklich, es ist so krass, vor allen Dingen auch, wie anders meine Stimme war und so. Ich hab das letztens auch irgendwann mal gemacht, dass ich mir so von 2018 oder 2017, als ich halt so 18 Jahre alt war, ähm, Sprachnachrichten angehört. Junge, das ist ja wirklich, das ist ja, also wie konnte ich Freunde haben, wie konnten die mich cool finden, hä? Das ist ja jetzt auch wieder Quatsch, Juli, ja. Aber ey, das ist eh ein guter Tipp. Du weißt, was ich meine. Ja, aber ey. Und man denkt sich so, hä? Da hatten wir ja letztens auch schon mal kurz drüber geredet, es ist ein richtig guter Tipp, wenn man kein, ähm, wenn man gerade nichts zu tun hat, wenn einem so richtig langweilig ist, geht mal auf den Chat, den WhatsApp-Chat mit irgendeiner bestimmten Person, also, keine Ahnung, bester Freund, beste Freundin oder irgendwie Familienmitglied. Und dann guckt euch die Medien an und scrollt so richtig bis zum Anfang, was für Scheiße man sich da geschickt hat. Das ist so witzig. Ist so lustig. Das ist so richtig, richtig krasser Flashback. Und ich hatte das lustigerweise, heute Morgen fällt mir gerade auf mit meiner Fotogalerie. Ich war heute Morgen so in meiner Fotogalerie von 2016 und bin so richtig daran kleben geblieben. Boah, das mach ich auch so gerne. Echt jetzt? Das passiert mir eigentlich nie. Ja, ich liebe das. Das ist mir seit Jahren nicht passiert. Doch, ich mach das manchmal. Ich weiß nicht, manchmal geh ich einfach so an random Stellen in meiner Fotogalerie und guck mir dann die Bilder von da an. Und da erinnere ich mich dann immer so richtig gerne zurück. Das ist ganz toll. Weißt du was? Ich glaube, mein Hund will unbedingt um jeden Preis kacken. Und ich muss sie jetzt einmal kurz runterschicken, damit meine Mutter mit ihr kacken gehen kann. Das kann nicht wahr sein. Wir sind seit zehn Minuten am Aufnehmen. Ja, sie war auch die ganze Zeit in ihrer Box und hat gepennt. Und genau als ich auf Aufnahme gedrückt habe, Julia, hat sie angefangen, hier Stress zu machen und wühlt jetzt hier überall rum und versucht, sich einen Kackplatz zu organisieren. Warte mal kurz. Immerhin habe ich jetzt eine Mutter, die sich drum kümmern kann und ich sitze wieder hier. Guck mal, hat nur zehn Sekunden gedauert. Es klang so, als hast du jetzt seit neuestem eine Mutter. Ich habe ihn mir jetzt organisiert. Ich habe jetzt eine Mutter bei mir zu Hause, die sich um alles kümmert. Toll. Und wie viel liebt die so für eine Stunde? Ich stelle mir vor, ich engagiere eine Mutter, die dann auch so Muttertätigkeiten macht. So Beste war schon eigentlich so eine Haushilfe. Sie war eher eine Haushälterin. Haushälterin, genau. Oder Haushilfe, ja genau. Aber Mutter ist ja nochmal eine Stufe drüber, ne? Also das ist schon nochmal was anderes, wenn du deine Mutter organisierst. Das ist auch, ich bezahle die nicht, sondern ich muss dann halt auch so Sohn-Sachen zurückmachen, weißt du? Ich muss dann auch einmal abends sie in den Arm nehmen und sagen, alles ist gut, Mama. Und dann manchmal muss ich auch mit ihr essen gehen, so Mutter-Sohn-Sachen halt. Wir gehen auch manchmal in den Zoo zusammen. Wir gehen auch manchmal mit ihr. Ja, genau. Ey, wir haben gestern, ich habe gerade drüber nachgedacht, weil du das Wort lustig gesagt hast. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass lustig und witzig unterschiedliche Stufen haben. So wie lustig oder witzig etwas ist, weißt du? Nee. Dass es einen Unterschied zwischen lustig und witzig gibt. Findest du das auch? Nee, ich finde witzig ist einfach nur so ein bisschen so eine nicht ganz so ernst gemeinte Form von lustig. Weißt du? Ehrlich ist es bei dir so rum? Witzig ist so ein bisschen etipatete-mäßig so. Ach, das ist ja witzig. Aber eigentlich findet man es gar nicht witzig, weißt du? Und lustig ist so ehrlich. Wenn du was lustig findest, dann meinst du es auch ernst, dass du es lustig findest. Krass, weil bei allen war gestern wirklich einstimmig die Meinung da, dass es genau andersrum ist. Dass lustig ist und witzig ist wirklich, wenn du richtig lachen musst. Echt jetzt? Ja. Ja, aber die kommen alle aus NRW oder aus Niedersachsen, ne? Ja. Siehst du? Ich glaube, das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist so ein bisschen bundeslandabhängig, so wo man das Wort eher benutzt. Und ich habe, bevor ich weggezogen bin von hier, habe ich nie witzig gesagt. Witzig war wirklich immer so, ich kannte das zwar, aber das habe ich nicht gesagt. Genauso wie ich nie scheinbar sage. Wie heißt das andere scheinbar? Anscheinend. Anscheinend, genau. Ich sage immer anscheinend, aber ich sage nie scheinbar. Aber das ist ein Unterschied. Das sind auch zwei unterschiedliche Bedeutungen. Aber jeder benutzt das selbe. Ja, jeder benutzt entweder das eine oder das andere. Das ist genauso wie bei lustig oder witzig irgendwie. Und gestern habe ich das erste Mal scheinbar gesagt und ich kam mir vor wie so ein, ich dachte mir so, ii, das bin nicht ich. Das ist nicht mein Wort. That's not me, I don't belong here. Und ich dachte auch so, ii, warum sagst du das jetzt auf einmal? Habe ich mich ganz komisch gefühlt. Naja, du bist offiziell in NRW angekommen, Joey. Ja, ich bin auf einmal ein Westdeutscher, ne, ein Städter, der auch noch ein Wessi ist. Das würde mein Vater jetzt sagen. Ein Städter und ein Wessi, oh mein Gott. Ach du Scheiße. Was ist du aus dir geworden? Ja, er hat mich verloren. Komm nie wieder nach Hause, bitte. Heute Morgen auf so am Frühstückstisch, ich bin ja gerade bei meinen Eltern und heute Morgen am Frühstückstisch sagt er so zu mir, Joey, warum bist denn du eigentlich hier? Ich so, naja, weil ich wollte, ich wollte nochmal, bevor nächste Woche richtig stressig wird, dachte ich, ich mach hier nochmal so ein bisschen so einen kleinen Mini-Winterurlaub. Okay. So richtig so, ach so, naja, gut, wenn es sein muss. Da dachte ich mir auch so, ja, okay, der Städter ist nicht mehr erwünscht hier. Ja, du sagst zu oft komische Sachen. Bei mir ist auf einmal alles witzig. Ey, ist es bei dir eigentlich auch so, dass du mit deinen Eltern noch so diesen ostdeutschen Slang viel mehr hast als sonst? Ja. Weil ich hab das letztens beobachtet bei einem Freund von mir, der aus Köln kommt. Ja. Der hat plötzlich, also ich hab den wirklich noch nie in meinem Leben Kölsch sprechen hören, ne? Ja. Und dann hab ich das erste Mal gehört, wie der mit seinen Eltern telefoniert hat und der hat plötzlich einfach gesprochen wie der krasseste Kölscher-Jung, weißt du? Also wirklich, der hatte so einen krassen Dialekt drauf, das war absurd. Ich hab da wirklich zugehört und war so, was redet der da gerade? Ist das jetzt gerade ein Joke oder meint der das ernst? So Dialekt-mäßig, dass du schon teilweise Probleme hattest, die Wörter zu identifizieren? Nein, nein, also ich verstehe das natürlich, ich verstehe ja auch Kölsch, ich kann das nicht nachmachen, aber der hat dann halt so anstatt das, dat und so gesagt, weißt du, was du halt dann so sagst? Ach so, also wie so ein Kölner Opa. Ja, ja, genau, der hat plötzlich geredet wie so ein Kölner Opa, ganz genau, exakt genau so. Und dann hab ich danach so gefragt, ich so, sag mal, merkst du das eigentlich, dass du plötzlich so, wenn du mit deinen Eltern sprichst, so ein Dialekt drauf hast, sodass sich deine Sprache voll ändert? Er meinte, nein. Dann versteht Wolfgang null Prozent. Es ist wirklich, als würde der Französisch sprechen. Und dann wirklich, dann labert der so fünf Minuten mit meinem Vater und wir standen nur so daneben und haben so selber erzählt. Und dann sagt mir irgendwann Wolfgang so, Alter, ich hab nix von dem verstanden, was der gesagt hat. Und dann hat er gesagt, so ein Einwort, er hat glaube ich irgendwas mit dem Tisch gesagt, ne? Und ich dann so, nee, er hat was ganz anderes, er hat irgendwas von Pferden geredet oder sowas. Es ging wirklich um einiges, aber es ging nicht um Tische. Ja, wirklich. Und das fand ich so crazy, weil für mich ist das so, also ich checke nicht mal, dass es irgendwie, für mich ist beides deutsch, weißt du? Ich checke nicht mal, dass da ein Unterschied ist. Für dich ist es gar nicht so krass anders. Ja. Heftig. Weil ich aber ja damit groß geworden bin. Aber es sind schon andere Wörter auch wirklich. Also es ist nicht nur ein anderer Slang, dass er die Wörter so ein bisschen anders betont oder anders ausspricht, sondern es sind auch andere Vokabeln quasi für bestimmte Worte oder was. Ja, guck mal, zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Mutter fragt, mein Vater, hast du schon die Pferde heute gefüttert, ne? Und dann sagt mein Vater, dann antwortet mein Vater mit No. Was bedeutet das für dich? No? No? Also wenn jemand No sagen würde, würde ich so denken, No. Ja, und was bedeutet das auf die Frage, hast du schon die Pferde gefüttert? Ja, das heißt Ja. Ah, okay, ja, das heißt Na. Ja, weil No ist das thüringische Ja. Im thüringischen sagst du anscheinend Ja, No. Ja, das ist halt sehr bescheuert. Ja, ja, ich weiß das, glaube ich, von dir. Ah, okay. Deswegen wusste ich es jetzt oder beziehungsweise weil du mich so gefragt hast, habe ich es mir gedacht, aber theoretisch würde man ja, man würde sofort denken, das heißt Nein. Ja, man würde so denken, es wäre das englische No. No? Ja, ja. No. No? No, hab ich nett. No, hab ich nett gemacht. Nee, nicht so. Ohne R. Einfach nur No. So N und dann ganz kurzes O. No? No? No. Aber das klingt auch so, als würde man nicken dabei. Klingt das für mich No. Ja, genau. Ja, ist auch so. Das hast du gut erkannt. Ja, toll, danke. Und das merke ich zum Beispiel auch, dass ich, ich sage auch wieder No anstatt Ja, wenn ich hier zu Hause bin. Und das ist auch so, immediately so ein Switch, weißt du? Ich fahre über die Grenze nach Thüringen auf einmal No. Ich glaube, das passiert einfach automatisch. So in der Umgebung, in der du bist, verhältst du dich dann einfach so ein bisschen, also was heißt verhältst, aber sprichst einfach ein bisschen anders, weil du es halt da gewöhnt bist. Ja, genau. Aber ist ja auch irgendwie schön. Man ist ja auch bei jedem Menschen ein bisschen anders. Also man ist zwar immer die gleiche Person und so, aber trotzdem verhältst du dich bei jedem irgendwie ein bisschen anders. Das ist, glaube ich, ganz normal. Ja. Aber es ist schon krass. Manchmal höre ich dann so Leute, die mit meinem Vater telefonieren, weil mein Vater halt auf Lautsprecher telefoniert. Und dann reden die so, also ich würde es jetzt als zerlatscht bezeichnen, wo ich mir denke, Alter, was ist denn da? Also crazy, dass die das irgendwie gar nicht checken, dass das was anderes ist, als so wie die Leute im Fernsehen zum Beispiel sprechen. Also da wird ja Hochdeutsch gesprochen, ne? Und dass das gar nicht in deren Möglichkeit liegt, auch so zu sprechen, ist schon irgendwie manchmal... Das ist für dich unbegreifbar, oder was? Ja, aber ich kann ja beides. Ich kann ja switchen. Aber wenn du nie irgendwo anders gewohnt hast und nie die Leute um dich rum hattest, die halt anders sprechen, dann hast du ja auch nie den Drang dazu, deine Sprache irgendwie anzupassen, weißt du? Ja, klar. Das ist ja auch, es ist ja wie Sprachen lernen. Das kannst du ja nicht, aber so... Aber das ist ja nur die Aussprache, es ist alles verrückt. Aber wahrscheinlich geht es genauso Amerikanern, die nach Großbritannien kommen. Irgendwann haben die dann wahrscheinlich auch den British Accent drauf, ne? Und umgedreht. Ja, ich glaube, du passt dich so ein bisschen an alles an. Das ist, glaube ich, normal. Ich habe auch, also ich immer, immer wenn ich mit Amerikanern gesprochen habe, so als ich in Amerika war, da habe ich auch voll den Akzent angenommen. Like? Ja, ja, aber auch einfach so den amerikanischen Akzent Englisch zu sprechen, so. Ja. Und wenn ich in England war oder mit Briten geredet habe, auch mit Anna zum Beispiel, die ist ja auch, die wohnt ja in London, da rede ich dann auch eher so. Ja. Ich glaube, das ist ganz normal, wenn das halt nicht so deine Muttersprache ist oder deine eigene... Das, was du wirklich immer machst oder wo du dran gewöhnt bist, dann passt du dich irgendwie an. Keine Ahnung. Ja, das ist ja auch... Das ist ja aber auch, das ist ja wieder genau das Gleiche wie, was du gerade zu mir meintest. Ich bin jetzt seit einer Woche mit Kim unterwegs, ja, da sage ich halt Ablacher. Ja, genau. Du passt dich immer deiner Umgebung an. Das ist halt, das ist 100 Prozent so. So, und wenn du jetzt, keine Ahnung, stell dir vor, du würdest jetzt nach Thailand auswandern und wärst du noch mit so Expats zusammen, dann würdest du halt nur noch so sprechen wie die. Und irgendwann in 100 Jahren, dann hat sich das alles so verändert, dass ihr dann so eine Mischung aus Thai und Deutsch sprecht oder sowas. Und dann ist das normal. Das war gerade ein komischer Gedankengang, können wir wieder streichen. Ja. Ich war auch gerade so, wo willst du hin? Ich wusste es selber nicht. Irgendwas wollte ich gerade sagen, ich habe es vergessen. Ja, siehst du, jetzt habe ich dich voll gecrashed mit meiner Scheiße, die ich gelabert habe. Julia, eigentlich wollte ich diese Folge ganz anders anfangen. Und zwar... Wie denn? Hier sind es gerade minus 11 Grad. Das ist so gestört, wirklich. Wir haben gestern darüber gesprochen und uns ist das gestern aufgefallen, weil wir mal so nach dem Wetter geguckt haben. Es ist ja des Todes kalt bei euch und wir sind ja wirklich zum besten Zeitpunkt des Jahrhunderts hierher gereist. Ja. So, und jetzt ist meine Frage nämlich, wie warm ist es bei euch? Boah, ich glaube, du bist todesneidisch. Es sind so richtig, richtig geile 30 Grad. Boah, krass, ey. Vor allem ist es einfach ein Unterschied von 40 Grad Celsius. Überleg mal. Ja. Es ist wirklich... Also, ich wollte die Folge nämlich so starten, dass ich sage, ich verstehe jetzt, wieso du, immer wenn du in den Tropen bist, in die Tropen ziehen willst. Kein Witz. Es ist so krass hier. Ja, wow, das fällt dir jetzt auf. Nee, es war ja immer so. Ich war ja schon immer so, dass ich gesagt habe, ja, ich war jetzt schon cool da und so, aber da hinziehen? Nee, den Gedankengang verstehe ich nicht. Habe ich dir ja schon immer gesagt. Mh, ja. Ich war ja immer der anderen Meinung. Aber jetzt, wo ich hier bin und auch so ein bisschen so mit meinen Freunden hier bin und so ein bisschen Alltags-Stuff irgendwie mache, also so... Ja, es ist nicht so Turi-Mäßig hier bin, sondern so Alltags-Mäßig. Sondern es ist so, du bist mit einer Gruppe von Freunden da und ihr macht so crazy Sachen und habt einfach die ganze Zeit eine coole Zeit zusammen. Genau, man geht so essen zusammen, man macht Sport zusammen und so und es ist einfach irgendwie... Ich könnte... Also, hier lässt es sich leben, sage ich mal so. Es ist wirklich total krass. Ja, siehste. Habe ich es doch gesagt. Also, ich bin jetzt auch so ein bisschen auf dem Grind so, ich könnte eigentlich jeden Januar und Februar einfach hier wohnen. Ey, können wir doch machen, Julia. Lass das mal zusammen machen. Lass das nicht. Also, im Ernst, ich habe wirklich vorhin noch drüber nachgedacht, das könnte ich mit dir auch eigentlich voll gut machen. Wir könnten uns so zwei Hütten... Also, auch, ich bin gerade auf Koh Phangan. Ich liebe Koh Phangan, es ist richtig schön hier. Ja. Es ist auch so viel schöner als auf Koh Samui, da waren wir die letzten drei Tage, wir sind jetzt seit gestern hier. Und es ist so ein krass anderer Vibe, es ist so viel naturmäßiger noch, es ist so viel hippiemäßiger, die Menschen sind so entspannt, es ist so schön und cool, alle sind nett. Und Koh Phangan ist auch viel ruhiger, ne? Weil Koh Samui ist schon stressig. Ja, viel ruhiger. Koh Samui ist so das L.A. von Thailand, habe ich das Gefühl. Also, es ist so auf westlich gemacht und so übertrieben auf Thuri gemacht. Und entweder ist es super abgefuckt oder so zu fancy, weißt du? Das sage ich jetzt hier, wie ich in meinem Ledersessel sitze, aber es ist hier so, hier ist es einfach, hier ist so dieser Thailand-Vibe irgendwie viel mehr da. Es ist so voll naturbelassen noch und es ist richtig, richtig schön. Aber krass, dass du das jetzt auch so sagst, weil ich habe jetzt auch viel gelesen, dass Koh Samui wohl irgendwie inzwischen ein Reiseziel sein soll, wo man nicht mehr hin muss, weil es halt einfach so krank verwestlich ist. So wie man halt auch von Bali inzwischen spricht, wenn man jetzt in so Changu oder Seminyak oder sowas ist, dass man sagt so, Alter, das ist nur noch Beton da. Das ist genau, das ist genau das Ding. Hier, ich habe das Gefühl, Koh Phangan ist so ein bisschen das Bali, wie es war, bevor es so krass touristisiert wurde. Aber trotzdem hast du schon die ganzen Vorteile oder Vorzüge von so westlichem Leben. Also, du hast überall ATMs, du hast geile Restaurants, du kannst auch überall im 7-Eleven mal eben einkaufen wahrscheinlich. Genau, aber es ist trotzdem noch so ein bisschen einfacher, weißt du? Es ist nicht so auf überfancy gemacht. Es gibt trotzdem diese Instagramable Cafés hier, aber die sind dann nicht so übertrieben, weißt du? Die sind zwar Instagramable, aber nicht so zu doll wie in Changu auf Bali. Ja, das ist wahrscheinlich so, jetzt die nächsten zwei Jahre lohnt es sich noch nach Koh Phangan zu kommen und dann wird es das gleiche wie Koh Samui. Und dann musst du nämlich ausweichen nach Koh Tao, das ist nochmal eins drüber, Julia. Geht ihr da auch noch hin? Ja, nee, wir haben leider keine Zeit. Wir sind ja jetzt, also ich bin ja, effektiv bin ich ja nur sieben oder acht Tage hier. Stimmt. Aber es ist wirklich so krass, ich hab mich direkt nach dem ersten Tag, hab ich mich gefühlt, als wäre ich schon eine Woche da. Man kommt so krass schnell hier so an und rein und wir machen so viel den ganzen Tag und es ist so befreiend einfach, dass es sich anfühlt, als wäre ich schon ewig hier. Voll schön. Ey, aber Julia, um das nochmal kurz entgegenzunehmen, diesen Vorschlag. Wir können doch wirklich so, stell mal vor, wir würden immer so im Januar und Februar so eine kleine Hütte haben in Udubatu auf Bali. Ich würde das so feiern. Ich auch. Also jetzt mal ohne Spaß. Ja, lass machen. Wir haben sowas von dabei. Nächsten Januar und Februar holen wir uns zwei Hütten, eine Straße nebeneinander. Oh mein Gott, Julia. Und dann surfen wir zusammen und essen unsere Papaya danach. Ja. Oh mein Gott, und die gelben Mangos, ich verstehe es jetzt. Ja, hast du sie probiert? Ich verstehe es jetzt. Ja, Mann, Alter, die gelben Mangos sind so krank. Ich hab's doch gesagt. Diese ganzen Gespräche mit dir, die werden gerade Wahrheit, weißt du, die kann ich jetzt endlich greifen. Du fühlst jetzt das, was ich dir die ganze Zeit gepredigt habe, ne? Ja, ja. Ich hab's nie greifen können, aber ich schwöre, jetzt kann ich's greifen und ich hab es sogar geschmeckt. Das ist sehr, sehr gut. Da freu ich mich unglaublich für dich. Und das hast du dir auch mal ordentlich verdient, diese Erfahrung auch mal zu sammeln. Aber hey, warum hast du denn diese scheiß Mango nicht auf Bali vorletztes Jahr gegessen? Die waren da auch geil. Ich weiß es nicht. Nicht verrückt, ey. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Weil ich immer dachte, ich mag keine Mangos. Deswegen glaube ich. Naja. Ich hab die Mangos alle nicht angefasst, weil ich immer dachte, nee, schmeckt mir nicht. Und sind irgendwelche crazy Sachen passiert? Auf dem Hinflug zum Beispiel? Du bist ja ganz alleine geflogen, ne? Boah. Joey, mein ganzer Hinflug war Film. Echt? Boah, weißt du, was mir schon wieder für eine Scheiße passiert ist? Es war eigentlich kein Film, aber es war so wirklich andauernd kurz vor Film. Ich habe mir wirklich eine Liste geschrieben, was für viele Fastkatastrophen es beim Hinflug gibt. Und ich habe elf Punkte. Uiuiui, da bin ich immer gespannt. Elf Stichpunkte habe ich. Obwohl du dir doch schon den Notausgangplatz gesichert hattest und so mega viel Beinfreiheit. Aber da will ich mal mit dir drüber reden. War es geil oder war es scheiße? Weil wir hatten den auch. Es war geil. Wir hatten den auch und irgendwie war es mega nervig, dass du deine Füße nirgendwo so abstützen konntest. Irgendwie habe ich mir fast gedacht, es lohnt sich nicht, mehr Geld auszugeben für diesen Notausgangplatz. Weil du halt, also du hast ja da deine Füße, du hast ja so zwei Meter Beinfreiheit und du kannst nicht deine Füße irgendwie so dran drücken oder so. Und deswegen hat man immer so wie so einen Schluck Wasser auf diesem Sitz dann gehockt, um zu schlafen. Ging es dir nicht auch so? Also, ich glaube, ich sah komplett bekloppt aus auf diesem Flug. Aber erstens habe ich halt immer noch das Glück, dass ich klein bin. Deswegen konnte ich mich so mit meinen Füßen an so einer Kante, die so vor mir, also ich saß am Fenster quasi. Ah ja, die Kante von der Tür vom Notausgang meinst du, ne? Genau. Da konnte ich meine Füße so dran machen und dann konnte ich so wie so ein Baby so schlafen. Ah, okay. Also auf meinem Sitz so zusammengekauert, das war unnormal geil. Und dann konnte ich auch noch meine, also ich habe meine Füße halt einfach so lang gemacht und habe dann so wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Schluck Wasser einfach auf diesem Stuhl so halb gelegen. Ja. Und es war unnormal bequem. Ich glaube, es sah total bekloppt aus, aber ich habe wirklich, ich habe den ganzen Flug eigentlich fast durchgeschlafen. Das war richtig geil. Krass. Dann ist das wirklich so das Ding für Leute mit kurzen Beinen, weil ich mit meinen langen Beinen, ich konnte nicht in diese Kante da meine Füße reindrücken. Das ging gar nicht. Ja, ja, genau. Da hätte ich meine Knie im Gesicht gehabt. Ja, ich bin ja klein genug, um mich so zusammenzudingsen und auch seitlich auf dem Sitz. Ja, und mein Problem war nämlich, wenn ich ganz normal gesessen habe und die Füße lang gemacht habe, dann bin ich irgendwie immer so runtergerutscht, weil ich nichts hatte, wo ich mich so dran drücken konnte mit meinen Füßen. Und deswegen musste ich die ganze Zeit, ich habe wirklich 13 Stunden lang mit verschränkten Beinen habe ich gesessen. Boah, das ist ätzend. Und ich habe auch so geschlafen, Wolfgang, Fotos von mir gemacht, wie ich mit verschränkten Beinen schlafe die ganze Zeit. Richtig komisch. Oh mein Gott, wie geil. Hast du ein Foto davon noch? Ja. Hast du das noch? Können wir hier reinposten. Poste das mal bitte in deine Story. Das wäre ja so witzig. Das ist ja so witzig. Das ist ja so witzig. 14.20 Uhr oder so nehmen, damit ich so entspannte zweieinhalb Stunden vor Boarding da bin, weißt du? Also, dass ich halt wirklich genug Zeit habe. Dann ist als allererstes, ist der Zug, den ich nehmen wollte, ist ausgefallen. Natürlich, wie immer. Dachte ich so, ja cool, Hammer. Dann musste ich zu Köln-Messe Deutz, da ist dann 20 Minuten später ein anderer Zug gefahren, was halt auch noch easy war. Also ich hatte noch eine Ausweichmethode danach, die immer noch übertrieben entspannt gewesen wäre. Da wäre ich um 17.30 Uhr da gewesen, um 9 Uhr wäre mein Flug gegangen. Ja. Oder ist mein Flug gegangen, sollte mein Flug gehen. Und dann saß ich in diesem Zug, dachte mir so, ja geil, okay, alles entspannt, werde um 17.30 Uhr da sein, kann mich mit Kim und Adi noch treffen, perfekt, alles geil. Sitze ich da drin, kommt plötzlich eine Durchsage. Es sind unbefugte Personen auf der Fahrbahn, deswegen müssen wir leider hier einen Stopp einlegen und auf unbestimmte Zeit hier warten. Die Polizei ist alarmiert, aber wir können ihnen leider nicht sagen, wann es weitergeht. Da dachte ich wirklich so, es kann nicht wahr sein. Es ist so schlimm, ey. Es war wirklich, es war so schlimm, dass ich echt so dachte, okay, 17.30 Uhr ist noch entspannt, jetzt ist es schon auf 18 Uhr geswitcht, einfach so pro forma schon mal, ohne dass sie halt wissen, wie lange wir überhaupt da bleiben müssen. Ich hatte das schon mal, dass Personen auf der Fahrbahn waren, ich saß über eine Stunde an einer Stelle in dem Zug und es konnte auch kein anderer Zug nach Frankfurt fahren, weil ja alle Züge da lang müssen. Also alle haben sich verspätet, das war so eine Kettenreaktion dann logischerweise, also ich hätte nicht mal umsteigen können. Und ich konnte auch nicht noch mit dem Auto da hinfahren, weil ich dann zwei Stunden mindestens gebraucht hätte und auch noch Feierabendverkehr war, dass ich da auf jeden Fall auch zu spät gekommen wäre, weißt du? Das ist auch so krass, wenn du von Köln nach Frankfurt mit dem Auto fährst, also Frankfurt Flughafen, fährst du zweieinhalb Stunden. Wenn du von Köln Hauptbahnhof nach Frankfurt Flughafen mit dem Zug fährst, brauchst du 50 Minuten. Das ist so crazy. Aber du checkst das dann auch, während du da mit dem Zug fährst, du fährst einfach durch alle Berge durch. So wirklich, es wird andauernd dunkel, weil du einfach durch den fucking Berg fährst, weißt du? Das ist richtig verrückt. Aber es ist halt, ja, es ist unnormal geil, wenn es funktionieren würde, so, weißt du? Und dann dachte ich echt so, ja, scheiße, ich bin gefickt. Ja, da warst du einfach gefickt. Ich dachte wirklich, ich bin gefickt, aber wirklich, das ist auch so eine vulgäre Aussprache, die ich an den Tag lege, ne? Tut mir leid. Das habe ich eigentlich nicht von Kim. Keine Ahnung, was hier los ist. Ja, und? Bist du angekommen? Ich bin angekommen, nur 20 Minuten später, weil wir dann irgendwann auf einmal losgefahren sind und dann alles doch relativ easy ging. Also, ich hatte zwei Herzinfarkte. Ja, diese Fastkatastrophe. Ja, es sind so Fastkatastrophen. Genau. Es sind so, es gab immer dann wieder doch einen Ausweg. So, dann bin ich da angekommen, wollte einchecken, sagt er mir, ja, sie sind gerade auf der Warteliste, der Flug ist überbucht. Oh nein! Nein! Bitte? Und also, ja, außerdem haben sie Übergepäck für den zweiten Flug, weil ich bin ja noch von Bangkok nach Koh Samui weitergeflogen, den zweiten Flug, haben sie Übergepäck. Man darf da nur 20 Kilo, nicht 30 haben und sie haben 24 und für den ersten Flug durfte ich 30 haben. Und ich war so, hä, da stand auf beiden Flügen 30, das kann ja nicht sein. Nee, nee, das geht nicht. Also, da müssen wir jetzt auch gleich mal gucken, was wir da machen. Und ich sage, kann ich bezahlen? Also, kann ich Übergepäck bezahlen? Nee, das geht, glaube ich, nicht. Und dann war ich so, Junge, also, hallo? Was mache ich denn jetzt so? Wir sollen bei mir ein bisschen Übergepäck machen. Hallo? Ja, komm, ich hatte schon zwei Fastkatastrophen, dann ist der Flug überbucht und nicht im Übergepäck. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Das ist halt auch wirklich, du kriegst halt wirklich so halbe Herzinfarkte, du kriegst Schweißausbrüche, weil du spinnst ja dann sofort das Szenario weiter. Ja. Ich war ja alleine. Fuck, was mache ich jetzt? Und das ist dann immer wieder so eine Situation, wo du wieder so denkst, fuck, jetzt ist alles zu spät. Ja, genau. Ja, also, ich verstehe voll, in welchem, was für einem Modus du warst. Ja, und dann stand ich da und dann habe ich sogar noch so zu ihm gesagt, so, ja, kann ich upgraden? Ich war wirklich, ich war, ich war ready, nochmal 1000 Euro zu bezahlen, um in die Business Class zu kommen. Damit du mehr Gepäck nehmen kannst. Nein, ich will nicht nicht fliegen. Nee, weil ich, weil der Flug ja in der Economy überbucht war und ich auf der Warteliste war, sodass der keinen Platz für mich gab, angeblich. Ach so, aber wie kann das sein? Warum überbuchen die Flüge? Das verstehe ich nicht. Also, klar, da gibt es bestimmt eine plausible Erklärung. Ja, wahrscheinlich, anscheinend ist es immer so, wirklich so, dass immer irgendjemand diesen Flug sowieso nicht antritt oder nochmal umbucht oder so. Und deswegen machen die das. Ich meine, eigentlich ja ganz gut, weil die ja dann trotzdem, die haben ja dann quasi das Geld für zwei Personen gekriegt, obwohl nur eine Person dann eigentlich mitfliegt, wenn sie das dann einer anderen geben, ne? Ja, aber andererseits gibt es ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass mal doch jeder mitfliegen will, so, hä? Ja, ja, das ist dann, ja gut, aber anscheinend sind es ja immer welche. Das verstehe ich aber nicht, wer will, wer tritt denn seinen Flug nicht an? Das ist ja so teuer. Verstehe ich nicht. Ja, oder, ja, viele buchen halt kurz vorher um oder so, aber, pff, keine Ahnung. Ja, gut, aber dann wird er ja wieder frei. Ich verstehe es auch überhaupt nicht. Und wie bist du dann reingekommen? War dann auf einmal doch... Ja, er war dann zehn Minuten weg, hat irgendwelche Sachen in den Computer eingetippt bei so einer anderen Frau und war dann so, ja, hat sich erledigt, sie müssten aber dann am Notausgang sitzen, ist kein Problem, oder? Ich so, ja, ne, juckt mich nicht, dann habe ich ja mehr Beinfreiheit auch, oder? Ja, ja, alles entspannt. Und dann hat er zu diesem Gepäck-Ding auch überhaupt gar nichts mehr gesagt. Und dann dachte ich so, ja gut, dann wird es schon passen, so entspannt, ja, dann locker. Dann bin ich durch die Sicherheitskontrolle, war in zehn Minuten da durch und dann saß ich da wirklich noch zwei Stunden und habe mir den Arsch abgelangweilt, weil alles so dann doch irgendwie funktioniert hat. Wie doof, ey. So, kennst du das, wenn Leute dir einfach so richtig krass Schiss machen mit irgendwie von wegen, das wird nicht funktionieren und dann ist doch überhaupt nichts und du hast todes viel Zeit und alles ist mega entspannt. Wenn dir so unnötig die Hölle heiß gemacht wird, ne? Ja, genau. Und du hast dir schon wirklich die nächsten Stunden so schlimm vorgestellt, dass ich irgendwie doch noch den Flug von Kim und Adi darauf buchen muss oder wieder nach Hause fahren muss oder so. Ich habe mir schon jedes Szenario im Kopf durchgespielt, was ich jetzt machen muss oder dass ich mir einen Schließfach holen muss im Flughafen, wo ich meine vier Kilo Gepäck reintue oder so. Also, ich habe mir wirklich schon alles durchdacht in diesen zehn Minuten und dann war im Endeffekt alles in Ordnung. Und bei dem Flug nach Kosamui, war da nochmal irgendwie was von wegen, ja, sie haben Übergepäck oder war gar kein Thema? Nö, es war gar nichts mehr. Es war gar nichts. Hä, was für eine Scheiße. Ich habe davon nie wieder was gehört. Keine Ahnung, das war total komisch. Jedenfalls bin ich dann halt in dem Flugzeug angekommen und dachte so, hä, ja okay, also Notausgang kenne ich normalerweise so, dass halt vor einem trotzdem noch eine Reihe ist, nur die halt weiter weg ist. So, ich kenne das nur aus den kleinen Flugzeugen. Ich war noch nie in einem großen Flugzeug am Notausgang. Julia war übrigens in einer Boeing 777, Leute, falls jemand von euch interessiert. Wusste ich selber nicht mal, aber ja, das Flugzeug war klasse. Ich habe mich super wohl gefühlt. Nee, ich finde die sind schon alt, die 777s von Thai Airways. Also ich saß da ja auch letztes Jahr drin und dachte mir so, hm, weiß ich jetzt nicht. Für das Geld habe ich mehr erwartet. Aber das Essen bei Thai Airways ist immer gut, ne? Ja, das war lecker, das stimmt. Der Reis war sehr fluffig, muss ich sagen. Das war schön. Siehst du? Ja, aber ja, ich habe dann halt bei Kim geguckt. Sie hat mir Fotos geschickt von deren Flugzeug. Die sind halt mit Etihad geflogen. Ich dachte so, ja, sieht ein bisschen besser aus, aber egal. Ja, aber dafür mussten sie halt zwischenlanden in Abu Dhabi. Ja, die sind 17 Stunden unterwegs gewesen, ich halt nur 13, glaube ich. Ja. Ja, also die mussten zweimal umsteigen, ich nur einmal. Jedenfalls bin ich am Notausgang angekommen und dachte so, hä, jetzt habe ich, ich habe ja gar keinen Bildschirm. Was ist das denn für eine Scheiße? Ach, das hattest du noch nie, dass du den Bildschirm so anders dann beziehen musst. Nein, nein. Und ich wusste aber, dass es das gibt, dass der so irgendwo rauskommt halt dann, ne? Ich habe das aber nicht gesehen. Ich habe das nicht gefunden und dachte mir wirklich so, ja, scheiße, das ist ja total kacke. Jetzt habe ich kein Bildschirm sehen, irgendwo, wann wir ankommen. Ich bin nämlich so eine Maus. Ich gucke dann immer, wo wir jetzt gerade sind und so. Ja, weißt du? Ich liebe das, so das zu sehen, wo das Flugzeug gerade ist und manchmal gibt es ja auch diese Kameras außen am Flugzeug, wo du gucken kannst, wie das so von außen aussieht. Das finde ich auch immer richtig geil. Und ich war richtig traurig und dann irgendwann so zwei Stunden später realisiere ich, dass das so unten in der Ecke ist. Ich war mich schon richtig hart am Beschweren so innerlich. Ja, warum hast du nicht gefragt, wo dein Screen ist, du Dödel? Ja, ich dachte, da gibt es keinen. Oh, aber hä, saß nicht irgendjemand auch in der Reihe, in der vordersten Reihe? Die haben das doch da alle. Nö, die haben den alle nicht, nein, die haben den alle nicht rausgeholt. Ach so. Wir sind ja um 21 Uhr geflogen, die haben alle versucht zu pennen. Ich brauchte den auch nicht. Ich habe ihn auch, also dann erst so zum Ende hin irgendwann rausgeholt, als ich dann gucken wollte, wie lange es noch dauert und so. Aber, ähm, ja, das war dann mein, das war meine fünftes, meine fünfte Fastkatastrophe. Aber das ist so weird, ne, dass du einfach so aus deinem Sitz, also von unten links, ziehst du dann auf einmal so eine Stange raus und an der Stange dran ist dann so ein Screen und dann hast du die so vor dir. Also irgendwie ist das so weird. Und du holst ja auch deinen Tisch, normalerweise ist der ja einfach am Sitz vom Vordermann von dir dran. Und wenn du aber keinen hast, dann holst du den auch so aus deiner Armlehne. Den holst du aus deiner Armlehne raus? Aus der Armlehne. Ja, vor allen Dingen aus der Armlehne des anderen. Ja, stimmt. Irgendwie. Ja. So, ich meine, das ist ja theoretisch auch deine, aber bei uns war es irgendwie so, dass ich das dann so immer aus der, von der Person neben mir nehmen musste und dann musste ich die immer so antecken. Entschuldigung. Sorry. Aber ich hatte so eine süße Thailänderin neben mir, die auch Deutsch sprechen konnte und mit der habe ich mich richtig nett unterhalten. Die war klasse. Das war so eine 60-Jährige, glaube ich. Die war total süß. Ui. Die hat mir ein bisschen zu lange mit mir geredet irgendwann, dann dachte ich so, Bro, halt die Fresse, ich will schlafen. Aber die war echt nett. Von daher, das war positiv. Boah, das hatte ich auch mal. Ich hatte mal so eine peruanische Oma neben mir sitzen, als ich von Costa Rica zurück nach Frankfurt geflogen bin. Und die hat mich auch nicht in Ruhe gelassen. Die hat mir dann ihre Lebensgeschichte erzählt. Ich dachte mir auch so, Oma, halt die Fresse und lass mich jetzt schlafen, ey. Geil. Ja, ja, die konnte halt nicht pennen. Die hat den ganzen Flug auch nicht geschlafen. Morgens um sechs war die irgendwann so, guten Morgen. Ich so, hi. Na, immerhin gute Laune, ne? Also, ich habe interessante Stunden gehabt. Ja, cool. Ich habe nett geträumt. Aber voll geil, dass du so viel geschlafen hast. Ja, das war voll krass. Ich war auch überrascht. Ich will jetzt immer an den Notausgang. Ich bin auch so, seit den letzten paar Jahren, seit Corona vorbei ist und ich wieder geflogen bin, kann ich schlafen wie ein Baby im Flugzeug? Ich weiß nicht, was es ist. Nee, ich kann das normalerweise nicht. Ja, ich eigentlich ja auch nicht. Aber irgendwie, auf einmal geht's. Zu Hause kann ich immer noch nicht, also in meinem Bett kann ich immer noch nicht schlafen, aber hey, immer von dem Flugzeug, ne? Vielleicht öfter mal fliegen. Spaß. Ja. Natürlich nicht. So, weiter geht's. Was ist noch passiert? Weiter geht's. Was steht da auf deiner Liste? Mein Flug hatte einfach eine Stunde Verspätung, also mein langer Flug. Und ich hatte, legit, anderthalb Stunden zwischen den beiden Flügen Zeit, um umzusteigen in Bangkok. Also von vornherein war es so, oh, das wird eng. Weil anderthalb Stunden zwischen Landung und Start halt, ne? Also nicht zwischen rausgehen und Boarding oder so, sondern zwischen fucking Landung. Und normalerweise bist du dann ja noch 20 Minuten auf dem Rollfeld und rollst erstmal zum Flughafen und so. Zum Abflug. Und dem Punkt, wo der andere abheben sollte. Ja. Und wir sind eine Stunde später losgeflogen, dass ich so dachte, never ever. Ja, aber losfliegen ist ja immer später. Ist dir das noch nie aufgefallen? Du fliegst immer später los als Abflugzeit. Ja, aber der war wirklich delayed. Also der Flug war delayed. Ah, okay. Also auch schon als ich am Gate saß, war es so, wir haben eine Stunde Verspätung. Ja, okay, verstehe. So. Und wo ich schon so dachte, ja, Halleluja, das jetzt auch noch, wie wunderbar. Und dann muss ich auch noch gucken, dass ich meinen Koffer bekomme und so. Weil der ist ja, der wird ja durchgecheckt. Ah, wird er. Also vom einen Flug in den anderen. Zum Glück, weil sonst hätte ich das ja überhaupt gar nicht geschafft. Ja. Also sonst wäre es ja wirklich unmöglich gewesen. Aber wenn ich den Flug dann halt verpasst hätte, weil ich eine Stunde später ankomme, dann wäre ja mein Koffer irgendwo hingekommen. Und dann hätte ich ja erstmal diesen Koffer irgendwie kriegen. Das wäre ja alles Film gewesen einfach. Krass. So, und dann sind wir auf jeden Fall eine Stunde später losgeflogen, wo ich so dachte, ja, entspannt in Bangkok wird wieder Film. Egal, ich penne jetzt. Das ist dann das Problem der Zukunft, Julia, so. Ja, ja, auch mit Film. Wird nix filmen. Ja, Entschuldigung. Es wird stressig, okay? Nicht filmen. Ich rede, wie ich will. Oder du sagst, es wird ein dramatischer Film. Aber nur Film funktioniert nicht. Nee, eigentlich ergibt das wirklich keinen Sinn, ne? Ja, voll der Schwachsinn. Er wird voll Film, Alter. Eigentlich ist es Schwachsinn. Voll der Film, ja. Ja, keine Ahnung, egal. Dann war es aber so, dass wir trotzdem pünktlich angekommen sind. Ja, das meiste so. Keine Ahnung, wie der Pilot das gemacht hat, aber er hat anscheinend auf die Tube gedrückt. Und der zweite Flug halt sowieso auch Verspätung hatte. Das wusste ich aber nicht. Ich bin trotzdem halt so voll da rausgerusht. Also ich bin nur so, im Endeffekt sind wir so zehn Minuten später angekommen oder so. Also immer noch in Ordnung. Aber dieser Flughafen war halt so groß, dass ich überhaupt gar nicht wusste, wo ich überhaupt hin muss. Und mein Flug wurde auch nicht angezeigt an diesen Tafeln zu den Weiterflügen, also so zu den Umsteigedingern. Steht da ja normalerweise immer alles. Aber mein Flug war da einfach, Bangkok Airways war nirgendwo vertreten irgendwie. Keine Ahnung, das hat man einfach nicht gesehen. Und ich dachte so, ja, herzlichen Glückwunsch, jetzt werde ich wahrscheinlich auch noch eine Stunde durch den Flughafen latschen, nichts finden und dann den Flug doch verpassen, obwohl wir dann doch halbwegs pünktlich angekommen sind. Und dann war es aber so, dass plötzlich vor unserem Gate, wo wir ausgestiegen sind, so ein Typ stand mit einem Schild mit meinem Namen drauf und mich einfach zum Gate gebracht hat. Okay, das ist aber ein bisschen gruselig. Ja, ja, ich fand das auch so voll krass. Das hatten Kim und Adi aber auch. Wir haben darüber geredet nachher. Bei denen war das genauso, weil die auch so ein kurzes Layover nur hatten. Das ist anscheinend in Thailand normal, dass die das machen, weil die halt wissen, dass deren Flughafen ein bisschen verwirrend ist für Leute, wenn die halt einen Weiterflug haben, der sehr bald ist. Dass die einfach halt dann so den Leuten so Mitarbeiter dann dahin geben. Und ich dachte erst so, das ist irgendwie falsch, weil ich hatte ja kein Business oder sowas. Du hast ja keinen Zusatzservice gebucht. Eben, ich habe ja nichts gebucht so. Und deswegen war das so, oha, jetzt habe ich hier meinen eigenen Menschen, der mich da hinbringt. Und ohne Spaß, das war wirklich meine Rettung, weil ich wäre halt intuitiv in genau die andere Richtung gelaufen. Ja, okay, krass. Ja, aber das war voll geil. Ja, das war halt dann auch wieder doch gut, weißt du. Es war die ganze Zeit so, dass ich so kurz dachte, ah scheiße, ah nee, doch alles gut. Ja. Weißt du? Das war schon Stress, ey, ja. Aber das Problem, das Schlimmste kommt jetzt und du wirst kotzen, glaube ich. Ich war dann im Flugzeug Richtung Koh Samui, ne? Ja. War das auch ein Propellerflugzeug, so eine kleine Maschine? Ja. Ja. Glaub schon. Hab nicht so drauf geachtet, mich interessieren Flugzeuge. Oh, Julia. Tut mir leid. Tut mir leid. Sorry, ich kann es nochmal nachschlagen für dich, wenn du möchtest. Aber, genau, ich saß dann da in dem Flugzeug, wieder am Fenster, alles entspannt und hatte so meinen Arm auf der Lehne zum Fenster. Ja. Plötzlich spüre ich so, spüre ich irgendwas. Mhm. Und dachte so, hey, was ist das? Guck so rechts hier runter. Plötzlich der ekligste nackte Kinderfuß, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Also, sorry, ich möchte keine Füße judgen, ne? Aber das war wirklich der dreckigste Fuß mit den ekligsten Fußnägeln, die ich jemals gesehen habe, von so einem kleinen, keine Ahnung, achtjährigen Jungen oder so. Also, so ein kleiner Kinderfuß. Hä? Also, erstmal saß ich da und dieser Junge hat sowieso schon so die ganze Zeit Radau an meinem Sitz gemacht, wo ich so dachte, jo, okay, entspannt. Also, der saß neben dir, oder wie? Nein, hinter mir. Der hat einfach seinen Fuß genommen und so in diesen Bereich da zwischen den Sitzen, weißt du, da so reingelegt, auf der Seite vom Fenster, also von der Wand, so, weißt du? Und hat meinen Arm berührt und ich so, ih! Und hab mich dann so zur anderen Seite gelehnt, weißt du? Also, hab dann mich nicht mehr auf der rechten Seite angelehnt, zum Fenster hin, sondern zur Mitte. So, weißt du? Weil ich mir so dachte, ah! Iiii, dreckiger Kinderfuß! Joey, ich hab Fotos gemacht, ich hab Fotos gemacht, ich zeig dir die. Ich poste die in meiner Insta-Story oder blenden sie hier ein oder so, keine Ahnung, wirklich, ich habe alles dokumentiert, weil ich halt wusste. Wehe, du postest die nicht in deiner Story am Freitag, da bin ich sauer. Ja, mach ich, mach ich. Ich hab auch ein Video, weil es wurde noch besser, Joey. Irgendwann, ich hab mich dann ja zur linken Seite angelehnt, irgendwann spüre ich das fucking selbe. Auf der linken Seite, guck da so hin, seh ich den anderen Fuß. Ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Hat dieser Junge einfach beide seine Füße auf meine Sitz-, auf meine Armlehnen gepackt. Hä, warum hast du das gesagt, Julia? Also der saß da wirklich, der saß da, ja warte, der saß da wirklich so in Geburtsstellung. Der saß wie auf dem, also der muss so gesessen haben, wie auf dem Frauenarztstuhl saß der da neben seiner Mutter mit seinen Drecksfüßen und die Mutter hat nichts gesagt, dass der das macht. Und das waren nackte Füße? Ja, es waren nackte, dreckige Füße, als hätte der so drei Stunden im Sandkasten gespielt. Kennst du so dreckige Kinderfüße? Der hatte auch auf der einen Seite, der kann ja nichts für, aber der hatte auch so keinen richtigen Fußnagel mehr auf dem dicken Onkel, so weißt du? Aber das war alles so, ist ja so richtig eklig, aber die Fußnagel waren super lang und da war super viel Dreck drunter und ich will auch einfach keine fremden Füße an meinen Armen haben, weißt du? Vorhin, ich hätte jetzt eigentlich so pauschal behauptet, so Kinderfüße können gar nicht eklig aussehen, aber wenn du... Also weil, stell dir mal vor, von so einem 50 plus jährigen Mann so einen Fuß, der ist immer eklig, oder? Ja, 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 immer. Da stelle ich mir auch immer so gelbe, viel zu lange Zehennägel vor und so, aber von so einem Kind kann ich mir schwer... Die schon so Einkerbungen haben, ne? Ja, ja, aber von so einem Kind kann ich mir schwer einen ekligen Fuß vorstellen, muss ich gestehen. Ja, verstehe ich, aber der war eklig. Der war eklig und vor allen Dingen war der halt auch so schwitzig. Hm, je. Der war nicht nur eklig, der war auch schwitzig. Und dann war es halt wirklich so, dass ich dann so da sitzen musste... Warmer, feuchter Fuß. Ja, so ein dreckiger, warmer, feuchter Fuß. Das war wirklich nicht schön. Wollen wir so die Podcast-Folge nennen? Ich war... Ja. Warmer, feuchter Fuß. Ja, finde ich super. Und dann war ich wirklich, ich war umsingelt von warmen, feuchten Füßen. Oh, scheiße, ey. Und ich konnte mich nicht mehr anlehnen und dann war ich so, ja, okay, was mache ich jetzt? So drehe ich mich jetzt um und sage dem kleinen Jungen so, kannst du mal deine Drecksmaugen da wegmachen? Ich hätte direkt mit der Mutter gesprochen. Ja, ich habe dann einfach, weil ich irgendwie keinen Bock auf Konversationen hatte, habe ich dann einfach die Armlehne so nach oben gemacht, weißt du? Also die linke, dass er halt quasi so gezwungen war, seinen Fuß da wegzumachen. Ich habe die nach oben gemacht. Und dann sind die Beine so nach oben geflogen und er ist mit dem Rücken auf die Sitzfläche gegangen. Ey, er hätte es verdient, wirklich. Nee, aber ich habe den dann so nach oben gemacht und dann hatten wir so einen kleinen Kampf. Er hat dann nämlich versucht, den wieder runterzudrücken. Er war so dreist, der Junge. Er hat dann einfach versucht, die Armlehne wieder nach unten zu drücken, damit er seinen Fuß wieder bequem da hinlegen kann. Und dann hatten wir so dreimal hintereinander, habe ich ihn hochgemacht, er wieder runter. Ich so hoch, er wieder runter. Ich so hoch, er wieder runter. Und dann irgendwann habe ich mich so einfach davor gelehnt, dass er halt nichts mehr machen konnte und habe dann den Rest des Fluges so verbracht, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich keine Lust mit denen zu reden. Du bist so nervig, Alter. Da hätte ich gesagt, could you please tell your kid to not put the feet on the, was heißt das? Ja, ich wollte aber irgendwie dann meine Arme sowieso nicht mehr auf die Armlehne machen, weil der Fuß war schon da, weißt du? Ich wollte da nicht mehr hin. Ach so, der war dann kontaminiert, meinst du? Genau, das war schon alles voll mit Fuß. Deswegen wollte ich nicht mehr. Ja, das war auf jeden Fall mein Flug. Und dann bin ich, das Ding ist, es geht halt noch weiter. Ich bin in Koh Samui angekommen, stehe erstmal so da an den Kofferdingern. Hier, wie heißt das? Baggage Claim? Gepäckabgabe. An den Koffer. Gepäckabgabe. Genau, am Gepäckband. Nee, am Gepäckband, um meinen Koffer zu holen dann. Und ich bin ja mit einem nationalen Flug geflogen. Es gab ein International Baggage Claim und es gab ein National Baggage Claim. Und ich dachte so, ja, ich bin ja jetzt mit von Bangkok ausgeflogen, dementsprechend war das National Flug. Okay, ich gehe zum National Gate. Und super viele andere aus meinem Flugzeug sind da halt auch hingegangen. Dann dachte ich so, ja, ich bin ja logischerweise hier richtig. Ich warte 20 Minuten, 30 Minuten. Irgendwann war keiner mehr da. Das Gepäckband wurde abgestellt. Und ich so, ja, geil. Mein Flug, mein Koffer ist nicht mitgekommen, weil es war zu wenig Zeit zwischen den Flügen. Ich wusste das. Mein Koffer ist weg. Scheiße, was mache ich jetzt? Da war halt auch niemand. Da war niemand. Da waren zwei Leute, aber das waren nur so Putzkräfte. Weißt du, es war keiner mehr da. Scheiße. Es war einfach leer. Und ich dachte so, ja, es kann jetzt nicht wahr sein. Und ich habe ja einen AirTag in meinem Koffer. Ja. Und dann habe ich so geguckt, ja, ist das mitgekommen? Hat nicht funktioniert. Es hat nicht mehr aktualisiert, dieses Ding. Weißt du? Kennst du das manchmal, wenn die AirTags so, da stand dann so zuletzt gesehen, vorgestern, keine Ahnung was so. Ja, ja. Und der war halt immer noch in Bangkok so. Ja. Aber nicht zu der Zeit, sondern halt zu einer anderen Zeit. Ja, ja. Und dann irgendwann hat es aber wieder doch, hat es doch wieder funktioniert, als ich da dann noch so zehn Minuten so rumgeirrt bin. Und ich wusste, was ich tun soll. Ja. Und der hat mir dann gesagt, es ist an dem Airport. Und dann bin ich irgendwann mal zu den International Gates gegangen. Ja, wer lag da? Mein Koffer. Dein strengelber Koffer stand da. Mein scheiß, ja, mein scheiß Koffer komplett alleine einfach. Scheiße, ey. Und ich dachte so, Junge, wie blöd kann man eigentlich sein? Ey, aber wirklich. Der wurde ja von Frankfurt aus durchgecheckt, natürlich. Ey, aber wirklich, die ganze Zeit immer solche kranken Stresssituationen, wo du schon direkt dieses Szenario schiebst von wegen, ja, Urlaub ist vorbei, Urlaub ist am Arsch, geht nicht mehr. Ja, ganz genau. Wirklich, aber also halt wirklich die schlimmsten Situationen, die sind alle so fast passiert. Ja. Alle so fast. Heftig. Ja. Und dann ging es aber bergauf. Und ab da, ja, dann ging es absolut bergauf. Dann bin ich schon mal in die Villa gefahren mit dem Taxi. Wie das hat alles funktioniert. Ich habe dann fünf Stunden da alleine gechillt und habe mich schon mal eingelebt. Es war wirklich richtig schön. Es ist jetzt auch, wo wir jetzt hier sind, richtig schön. Und seitdem ist wirklich alles geil. Es macht total viel Spaß. Ich bin richtig ausgeglichen. Es ist ganz toll. Ich hatte auch wirklich gar keinen Bock, Podcast aufzunehmen, weil ich so richtig im Flow von diesem Inselleben hier bin. Und ich war heute, ich war heute Morgen boxen. Ich habe mit Kim eine Boxing-Class gemacht. Wir hatten so einen Outdoor, wir waren in so einem Outdoor-Gym, hatten so einen privaten Boxtrainer, der uns einfach so Boxen beigebracht hat. Das war so cool. Ja, geil. Hat richtig Bock gemacht. Ja, freut mich. Und dann waren wir sogar im Eisbad. Jaja, es tut mir doch auch leid, dass du jetzt diesen Podcast hier aufnehmen musst. Aber so ist es nun mal. Du kannst gleich wieder an dein Eisbad springen. Das macht mir ja jetzt auch Spaß. Ich wollte nur sagen, auf welchem Level entspannt ich war, dass ich sogar keinen Bock hier drauf hatte. Weißt du? Guck mal, du springst gleich wieder an dein Eisbad und dann legst du dich vielleicht noch ein bisschen ans Strand. Wenn wir gleich fertig sind mit dem Podcast, dann werde ich mein Lego-Set, was ich mir gekauft habe, vor drei Tagen auspacken und wir den ganzen Tag mit Lego spielen. Geil. Wir haben uns auch vor drei Tagen so Fake-Lego-Hello-Kitties gekauft. Die wollen wir doch irgendwann am Strand so zusammen bauen. Am Strand Lego bauen? Na, ich bin ja mal gespannt. Ja, oder irgendwo anders. Keine Ahnung, vielleicht am Pool oder so. Mal schauen. Okay. Irgendwo hier. Ja. Ja, das klingt doch toll. Die Sonne ist schon untergegangen. Oder sie tut es gerade. So, Julia. Bist du fertig gewesen? Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Ich bin fertig. Okay, ich möchte mit dir unbedingt noch was besprechen, Julia. Und zwar habe ich ein riesiges Follow-Up für dich. Und wir hatten schon lange kein Follow-Up mehr. Deswegen kommt jetzt mal unser geiler Einspieler vom Follow-Up. Follow-Up. Ich liebe unseren Follow-Up-Einspieler, vor allen Dingen, weil man kein Wort versteht. Ja, perfekt. Aber wir sagen jetzt zum Glück vorher. Wir wollten ihn immer ändern, haben es nie getan. Wir sagen so oft davor, vorher schon Follow-Up. Dann checken die Leute auch, dass wir da Follow-Up singen. Das ist schon okay, glaube ich. Ja. Aber wäre halt auch cool, wenn man es direkt verstehen würde, weißt du. Naja, egal. Erzähl mir. Wir haben doch, es ist schon einige Podcast-Folgen her, aber wir haben halt darüber gesprochen, dass wir es nicht verstehen, warum ganz viele McDonald's-Filialen manchmal genau neben einem Burger King öffnen, weißt du, dass so Konkurrenz direkt nebeneinander stattfindet. Und ich habe eine sehr, sehr ausführliche und sehr coole DM bekommen von Björn zu dem Thema. Geil, danke Björn. Und der hat das Ganze mal aufgeklärt. Und ich finde, wir haben alle verdient, dass wir erfahren, warum das so ist. Soll ich mal vorlesen? Mhm. Bitte. Okay. Hey Joey. Ich höre gerade euren Podcast Folge 70. Wir haben jetzt schon Folge 77. Das ist echt schon ein bisschen her. Und ihr habt darum gebeten, euch zu schreiben, wenn jemand weiß, wieso zum Beispiel McDonald's und Burger King genau nebeneinander aufmachen. Das hat einen psychologischen Hintergrund. Das Cola-Beispiel. Wenn ein Coca-Cola-Automat aufgestellt wird, verkauft dieser Cola-Automat in einem Monat, sagen wir, 100 Dosen. Nun stellt Pepsi genau daneben auch einen Automaten auf. Normalerweise würde man jetzt denken, beide verkaufen nur noch 50 Dosen im Monat. Tatsächlich ist es aber so, dass beide Automaten nach Studien zwischen 100 und 150 Dosen im Monat verkaufen. Also beide 100 bis 150. Das erklärt sich wie folgt. Wenn nur ein Automat aufgestellt wird. Also es wird mehr als verdoppelt? Ja, genau. Die Menge, die verkauft wird? Genau. Das erklärt sich wie folgt. Wenn nur ein Automat aufgestellt wird und ein Kunde auftaucht, wägt sein Gehirn ab zwischen, möchte ich eine Cola oder möchte ich keine Cola trinken. Wenn da zwei Automaten verschiedener Marken stehen, wägt das Gehirn nicht mehr rational ab, ob es das Bedürfnis erfüllen soll. Es fragt sich dann, will ich eine Pepsi oder will ich eine Coca-Cola? Crazy, oder? Krass. Also es ist gar nicht mehr will ich oder will ich nicht, sondern welches will ich? Genau. Du hast gar nicht mehr die Möglichkeit zu entscheiden, ob du es willst oder nicht, sondern du entscheidest dich nur noch für die Marke. Das ist ja voll krass. Ja. Weil dann ist es ja sogar tatsächlich so, dass McDonald's gar nicht sauer auf Burger King ist, wenn Burger King sich daneben hinpflanzt, sondern die sind sogar dankbar, weil dadurch der Umsatz auch noch, also... Bleib bleibt oder gesteigert wird. Ganz nach dem Sprichwort Konkurrenz belebt das Geschäft, helfen die sich gegenseitig mehr Kunden zu gewinnen. Ist das nicht verrückt? Hä, wie geil ist das denn? Ah, pass auf, es geht noch weiter. Also ich meine, schon absurd, aber krass. Das Ganze hat etwas mit dem grundlegenden Bedürfnis zu tun, dass jeder Mensch immer eine Wahl haben möchte. Sei es, welche Cola ihm besser schmeckt oder welcher Burger oder welche Zeitschrift oder welcher Joghurt. Dass es im Prinzip oft dasselbe ist, ist dabei egal. Unser Gehirn möchte eine Wahl haben und wenn es die Wahl zwischen zwei quasi identischen Produkten hat und nicht zwischen der Wahl, das Bedürfnis zu befriedigen oder nicht, ist es eher geneigt, diesem Bedürfnis nachzugehen. Ist übrigens auch ein Beispiel für das Sprichwort Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich hoffe, ich konnte helfen, ganz liebe Grüße. Krass, oder? Ey, krass. Unser Gehirn ist so scheiße. Das ist nicht hart geholfen. Richtig dumm, wie dumm sind wir? Ja. Also jetzt mal wirklich, wir lassen uns ja komplett verarschen. Da haben wir zwei Burgerläden nebeneinander und schon entscheiden wir nicht mehr. Ja, nee, sollen wir jetzt einen Burger essen oder nicht? Sollen wir entscheiden nur noch, möchten wir jetzt Burger King oder McDonald's essen? Hä? Was sind wir denn für Kack-Lebewesen? Richtig hohle Fritten sind wir. Hohe Fritten, ey. Hohe Fritten und Burger sind wir. Und Colas. Ey, krass, Mann. Ja, aber hat er gut erklärt, der Björn, ne? Fand ich gut. Ja, voll. Ja. Richtig gut. Siehste mal. So, Jürgen. Willst du auch nochmal? Ja, Jürgen, gibt's bei dir? Ja? Willst du, ja, ob es bei mir irgendwas gibt? Ja, ich wollte gerade fragen, willst du wissen, was mir für eine Scheiße passiert ist? Oh mein Gott, ja, bitte. I want to know. Boah, weißt du, was mir schon wieder für eine Scheiße passiert ist? Oh mein Gott, ja. Das war gerade übrigens wieder so ein bisschen Karamella. Oh mein Gott, ja. Oh. Kim Karamella, Leute. Die Kim, die mit Julia gerade unterwegs ist, falls ihr das gerade nicht gecheckt habt. Ja. Ja, das ist übrigens wirklich kein Problem, mit einem Pärchen unterwegs zu sein. Also, das war ja das, worüber wir gesprochen hatten. Ja, aber es ist ja auch, weil sie ein besonderes Pärchen sind, oder? Also würdest du das jetzt pauschal für alle Pärchen sagen? Nee, überhaupt nicht. Es gibt Momente, wo ich mir denke, oh, weil die dann, also weißt du, weil dann ist schon... Wenn sie wieder so ihre Zunge gegenseitig im Hals stecken haben. Es gibt so kurze Third-Wheeling-Momente manchmal, aber die sind ganz kurz. Und ich finde das auch schön, weil ich dadurch auch so ein bisschen manchmal das Gefühl habe, ich bin alleine unterwegs und das ist voll geil. Ach so, wenn du so kurz mal ausgegrenzt wirst und dann so auf eigene Faust los musst. Ja, aber ich grenze mich dann immer selber aus. Es ist gar nicht so, dass die mich ausgrenzen, sondern ich brauche dann, ich nehme dann einfach manchmal so Momente, wo ich dann einfach so auch schon alleine, also ich merke, ah, es wird gerade Pärchen mäßig. Aber manchmal gehe ich auch einfach selber weg und dann werden sie erst Pärchen mäßig und dann gucke ich wieder hin und bin so, ach. War gut, dass ich weggegangen bin. Gut, dass ich weggegangen bin, so. Aber es ist auch voll geil, weil man einfach so mal alleine chillen kann. So, auch wenn es nur so drei Meter hinter denen ist oder vor denen. Ja. Finde ich voll entspannt. Ja, ist doch super. Guck mal, das ist so quasi die Zwischenlösung zwischen, du fliegst mit Begleitung und du fliegst alleine in Urlaub. Und das nächste Mal kannst du dann ganz alleine machen. Aber jetzt mittlerweile sind wir auch eine größere Gruppe an Leuten. Deswegen hat sich das jetzt sowieso erledigt. Ich glaube, zwei Wochen hätte ich das nicht ausgehalten. So, die paar Tage waren jetzt cool. Ja, okay. Zwei Wochen als größere Gruppe oder mit Kim und Adi? Nee, so als zu dritt alleine, weißt du? Ah, okay. Na gut. Ich glaube, das wäre zu viel gewesen. So war es jetzt super. Es war klasse. Na gut. Ja, erzähl mir deine Scheiße. Sorry. Also Julia, du, ich will gar kein Riesentheater draus machen, weil ich schäme mich ganz doll dafür, weil ich bin quasi schon wieder krank. Diesmal aber nicht erkältet. Und es ist einfach nur absurd und es ist lächerlich. Was? Julia, ich habe… What happened? Ich bin gestern den ganzen Tag Auto gefahren, weil ich ja zu meinen Eltern gefahren bin. und saß wirklich den gesamten Tag im Auto, bis es dunkel war und habe mich null bewegt. Und dann habe ich so richtig doll diesen Drang gespürt, so fuck, ich muss jetzt auf jeden Fall nochmal ins Gym. Dann habe ich quasi Poppy hier zu Hause abgeliefert, kurz schnell was gegessen und direkt wieder losgefahren, um ins Gym zu gehen. Und es war halt schon spät und ich wusste, oh, ich habe eigentlich keine Zeit mehr und ich bin müde und ich war eh so irgendwie so von Grund auf so ein bisschen gestresst und dachte so, ja komm, jetzt noch richtig schön Sport durchpowern und dann ist gut. und Miri hat mir Beine aufgeschrieben und ich hasse Beine trainieren. Wirklich. Miri. Ich dachte mir so, Miri, warum denn heute Beine? Warum nicht Oberkörper? Und dann musste ich auch noch… Kann ich halt auch gar nicht relaten. Für mich wäre es so krass andersrum. Also wenn ich Oberkörper trainieren muss oder müsste, würde ich absolut ausrasten. Beine mache ich voll gerne. Nee, ich liebe Oberkörper. Vor allem am liebsten trainiere ich Brust. Also ich habe immer gesagt, ich trainiere Arme am meisten, aber ich habe jetzt gecheckt, meine Brust ist richtig die Gute. Weißt du, ich muss nicht viel machen und trotzdem ist die Brust immer da. Die ist immer am Start, weißt du? Ey, im Liegestützen, da mache ich dich sowas von fertig, das sage ich dir. Natürlich, ich schaffe keine einzige. Ja. Weißt du doch. Echt? Nicht eine? Aber doch in unserem Gimondo-Programm haben wir das doch gecheckt. Also spätestens da haben wir es doch gemerkt. Eine schaffst du. Joey, ich habe, nein, keine normale, nur die Frauenliegestützen, wie sie so schön heißen. Okay, scheiße. Nee, aber wirklich, also da sind meine Brüste sind richtig am Start, aber meine Beine sind irgendwie immer so, es ist immer irgendwas, weißt du, dann tut das Knie wieder weh. Finde ich auch eine richtig geile Aussage, meine Brüste sind richtig am Start. Meine Brüste sind immer am Start, wäre auch ein guter Folgentitel, ne? Ja, ja. Nee, das mit den Füßen finde ich besser. War aber feuchter Fuß. Ja, okay. Also, und dann muss ich auf die Beinpresse, weil das letzte Mal hat mir schon irgendwie mein Knie weh getan, da hat Miri gesagt, komm, wir machen mal was, wo das Knie entlastet wird, bin ich auf die scheiß Beinpresse gegangen. Weißt du, einfach wo du da draufsetzt und dann musst du. Boah, ich liebe Beinpresse. Wo du einfach nur dieses Gewicht nach vorne pressen musst, weißt du. Ja, das macht mir so viel Spaß. Und natürlich, weil ich so gestresst und so im Zeitdruck irgendwie war, habe ich mich nicht genügend aufgewärmt und habe mich noch erinnert, das letzte Mal, als ich die Beinpresse benutzt habe, habe ich 160 Kilo gedrückt, habe mir direkt die 160 Kilo da im dritten Satz drauf gepackt und auf einmal hat es richtig doll geknackt im Rücken, während ich die hochgedrückt habe und Julia, ich habe einen Hexenschuss und ich laufe jetzt wie ein waschechter 80-Jähriger. Mir tut es so doll, jeder Schritt tut weh, jede Bewegung, wenn ich meinen Rücken nur so ganz leicht bewege, es tut alles weh und ich denke mir nur so, fuck my life to the fullest, ey, was soll denn die Scheiße jetzt, ey? Ey, ganz ehrlich, ich muss echt sagen, ich habe jetzt gerade wirklich gedacht, du sagst, du hast einen Bandscheibenvorfall. Nee, das glaube ich nicht. Also ich dachte wirklich, dass es auf dem Level ist, deswegen Hexenschuss, ja okay, ist ätzend, aber ich habe noch mit Schlimmerem gerechnet, aber wie ist das denn beim Hexenschuss? Kannst du da irgendwas gegen tun? Nö, eigentlich nicht. Du musst halt abwarten und ein bisschen massieren oder so, oder? Also am besten halt Physio, wenn es geht, aber ich habe nächste Woche erstmal einen Physio-Termin, wo dann darauf, auf dieser Stelle dann so rumgeknetet wird und das entspannt dann den Muskel. Ah, also ist das so ein richtiges Ding, mit dem du dich jetzt selber, also wirklich beschäftigen dich, das wird nicht einfach so weg, sondern du musst richtig Physio machen? Ja, ich muss jetzt auch, ich muss jeden Tag jetzt Übungen machen für den unteren Rücken, hier Cat Cow und hier, wie heißt das, andere Dinge, Hüftschaukel oder sowas die ganze Zeit und das auch am besten den ganzen Tag und wenn ich dann das nicht mache, dann soll ich auf einem Wärmkissen liegen, weil Wärme ganz wichtig ist. Das, was ich auch schon mal hatte. Weißt du noch, als ich diese scheiß Wärmegürtel den ganzen Tag getragen habe? Ja, da hatte Joey schon mal so einen leichten Hexenschuss. Der war nicht ganz so extrem, also du bist nicht gelaufen wie ein 80-Jähriger, aber schon, also du gingst schon an die 60, muss man sagen. Aber gestern hat es so richtig, es gab einen so Moment, da hat es so richtig geknackt in meinem Rücken, weißt du, und dann hat es richtig weh getan. Ja, und ich dumme, hässliche Sau, habe dann natürlich nicht mein Workout abgebrochen, sondern habe dann einfach nur die Beinpresse abgebrochen und habe dann noch Oberkörper trainiert und dann, als ich heute Morgen aufgewacht bin, da hat es erstmal richtig weh getan, das sage ich dir. Weißt du, manchmal bist du aber auch, du tust dir dann halt auch selber keinen Gefallen. Ja, ich weiß, ich bin dumm und ich möchte nicht, dass sich irgendjemand daran ein Beispiel nimmt. Und Miri hat auch ganz doll mit mir geschimpft und hat auch gesagt, ja Joey, wie soll ich dich coachen, wenn du nur Scheiße machst? Wo ich auch dachte, ja Miri. Ja, hat sie das gesagt? Ja, quasi. Oh mein Gott, ja, hast du aber auch verdient. Ja, aber ich lerne ganz doll draus. Aufwärmen ist extrem wichtig, Leute. Und ich hatte ein Warm-up, aber ich hätte einfach an der Scheiß Beinpresse mehr warm-uppen müssen. Nun ist es so, wie es ist und wir können nichts dran ändern. Du lernst draus. Ich lerne draus. Aus Fehlern lernt man. Ja. Hoffentlich. Aber guck mal, immerhin habe ich keinen Magen, Darm oder Erkältung. Ist das schon mal ein Fortschritt, oder? Nicht mehr. Das hast du ja letzte Woche erst gehabt. Du hast ja jetzt drei Wochen und dann geht es ja erst wieder los. Ja, stimmt. Scheiße. Genieß es. Genieß die kurze Zeit. Okay. Scheiße, Mann. Ja, gibt es noch was anderes, oder bist du ready für ein paar knackige Fraktions? Ich bin ready für ein paar knackige Fraktions. Okay, wunderbar. Wollen wir mal ganz urlaubsmäßig rein starten. Wird es jetzt so ein Urlaubs-Special? Ich habe absolut, nee, eigentlich nicht. Aber das ist mir so aufgefallen, als ich ins Flugzeug gestiegen bin, dachte ich so, das ist voll die gute Frage für dich eigentlich, weil du ja dich voll auskennst und du hast es ja gerade auch noch gesagt. Ja, Airbus A350 ist mein Lieblingsflugzeug, Julia. Ja, ja, weiß ich nicht mehr. Aber, Joey, wenn du ein Flugzeug wärst, welches wärst du? Okay, warte mal. Welches wäre ich? Na, ich wäre schon eine Triple. Ist das nicht eine süße Frage? Ja, aber es ist viel zu, es ist doch viel zu spezifisch. Keine Sau kann damit was anfangen, wenn ich jetzt hier irgendwie… Du kannst es ja beschreiben. Ja, aber was wäre ich denn? Ich bin ja schon jetzt noch nicht alt. Ich bin jetzt aber auch keine super Junge. Ich glaube, ich bin ne… Hä, aber es gibt ja auch, guck mal, es gibt ein Segelflugzeug, es gibt ein Propellerflugzeug. Ach, sowas meinst du? Es gibt auch ein Düsenjet. Oh ja, ich wäre so ein, weißt du was, ich wäre so ein Eurofighter. Auf gar keinen Fall. So ein Wasserflugzeug ist eigentlich auch süß, ne? Weißt du was, du wärst? Du wärst so eine süße Maschine, die nach Sylt fliegt. Hä, warum? Das war ein Spaß. Ich flieg nur gen Süden, das sag ich dir. Ja, aber weißt du, welche ich meine? So diese Zwölfsitzer. Ja, ja. Ja, aber auch süß. Ja, du wärst so eine. Nee, das wär ich. Ja. Das wär ich, ja. Ich wär, glaube ich, ne… So ne kleine, wo es auch noch so klappert. Ich wär, glaube ich, ne Boeing 787 Dreamliner wär ich. Weil Dreamliner, das klingt auch nach mir. Was ist das? Das ist einfach auch ne… Ist das so ein Doppeldecker-Ding? Nein, das ist auch einfach so ne… Hat das ne Bar? Ja, es gibt auch manche Flugzeuge, die haben einfach so ne fette Bar. Du kannst quasi in jedes Flugzeug ne Bar einbauen, wenn du das willst, aber es gibt… Ja, aber es haben ja nicht alle. Ja, es gibt in vielen A380 diese Doppeldecker. Da gibt's oben in der Business Class gibt's meistens auch ne Bar, wenn du da die Treppe hochgehst. Ja, das stimmt. Bist du schon mal mit so einem geflogen? Ja, cool. Mit einem A380? Mit einem Doppeldecker? Weiß ich nicht. Nee, das weiß man doch. Ja, ich bin schon mal mit einem Doppeldecker geflogen. Echt? Ja. Wohin? Aber ich hab die Bar nicht gesehen, weil ich halt nicht in der Business Class saß. Ja, okay. Aber ich glaube, in die Bar kannst du auch als Economy-Gast gehen. Nee. Nee? War da abgesperrt? Ich weiß es. Ich war auch nicht in der Bar anscheinend. Ich glaube schon. Ich hab das auch in diesem einen Film gesehen mit Jennifer Aniston und Adam Sandler. Da wollten die auch in diesen… Was war das denn nochmal? Meine erfundene Frau? Sind die irgendwie in Urlaub geflogen? Nee. Nee, die waren ein Ehepaar und sind in Urlaub geflogen. Gibt's nicht ganz viele Filme von Adam Sandler und Jennifer Aniston zusammen? Ja, aber die waren auf jeden Fall… Ach nein, die haben da… Das war, glaube ich, diese Mord im Orient Express-Verarsche, glaube ich. Okay, keine Ahnung. Oder? Mord im Orient Express? Ja, die waren dann auf irgendeiner Yacht und dann wurde da einer umgebracht. Ja, okay. Das war das. Ich denke, in dem Flugzeug. In diesem Ding und die durften da eigentlich nicht rein, aber sie hat sich dann mit so einem Typen aus der Business Class gut verstanden und deswegen sind die dann die ganze Zeit in dieser Bar gesessen. Ah, okay. Ja, okay, dann darf man da nicht rein. Ich war da auch noch nicht in dieser Bar, aber ich war auch schon einmal in einem Airbus A380 und damals war ich noch kein Flugzeugfanatiker und ich ärgere mich heute noch darüber, dass ich in diesem Flugzeug nicht ein Ding rumgelaufen bin, sondern 14 Stunden lang einfach nur auf meinem Sitzplatz saß, weil ich da von Dubai nach Sydney geflogen bin. Das wäre ja auch so lustig, einfach so ein Typ, der sich so jede Ecke in diesem Flugzeug so genau anguckt. Ey, aber sowas von, ich bin auch, jetzt als wir von den Philippinen zurückgeflogen bin, habe ich auch mir jede Toilette angeguckt. Ich war auch ganz kurz mal in der Business Class Toilette und da haben die sogar Pflanzen. Da hängen Pflanzen in der Toilette. Das ist halt schon absurd, ne? Und da ist auch alles so mit Marmor und so, also zumindest so Marmoroptik. Das ist ganz verrückt. Ja, es ist nicht total bescheuert. Ich kann da irgendwie nicht relaxen. Ja, im Endeffekt ist es auch nur ein Mini-Kackklo. Es sind halt zehn Stunden, die du da verbringst. Die schaffe ich auch ohne Pflanzen und Marmorbring. Also ich buche meinen Business Class Flug vor allem wegen der Pflanzen im Badezimmer. Also da muss ich mich nicht so wohl fühlen. Es ist halt irgendwie, also ja, aber gut, jeder wie er mag, jeder wie er kann, ne? Okay. So, Joey, ich habe jetzt eine Frage. Ich glaube, ich brauche da mein Beispiel, weil ich nicht wusste, wie ich sie formulieren soll. Okay. Was machst oder hast du Ekliges, was dir richtig unangenehm ist, jemandem anderen zu zeigen oder was du niemals jemand anderem zeigen würdest? Weißt du, was ich meine? Bei mir zum Beispiel, ich gebe einfach mal mein Beispiel. Niemand anderem? Bei mir sind es... Nein, nicht niemand. Also meinem Partner zeige ich alles von mir. Von meinem Partner ist mir nichts peinlich. Ja, aber so grundsätzlich, du würdest jetzt keine Story darüber machen oder so. Ach so, ja. Keine Ahnung, oder so auf casual, das den Leuten halt so zeigen. Bei mir zum Beispiel sind es meine AirPods, weil die wirklich so unfassbar ekelhaft aussehen. Es ist mir wirklich, wenn jemand mich fragt, kann ich da einen Airpod haben? Ich würde am liebsten Nein sagen, weil ich mir so denke, das ist echt peinlich, weil die so räudig aussehen. Die sind so dreckig und voll mit Scheiße. Voll mit Scheiße. Die Leute, das ist sowas, wo wirklich, da verstehe ich es, wenn ich gejudged werden würde, weißt du? Ja, ich kann es so 100% relaten, weil das habe ich auch und Wolfgang ärgert sich auch immer drüber, dass ich meine AirPods nie sauber mache, weil da halt irgendwann klebt da halt auch so ein richtiger Schmalz drin. Da klebt alles drin. Und diese... Du siehst das Gitter gar nicht mehr. Und diese Case ist dann auch so richtig räudig verdreckt in allen Farben und du denkst dir nur so, ba, Alter, was ist das für ein widerliches Vieh, dem die gehört. Aber ich denke mir dann auch so, ja, meine Güte, ich stecke sie eh wieder in meine Ohren rein. Kein Bock, die jetzt sauber zu machen. Aber ich habe das einmal dann doch gemacht, als mir auf einer Zugfahrt mal langweilig war, bin ich mal... Ich habe sogar so ein extra Werkzeug zum Airpod sauber machen. Okay, das finde ich nicht Quatsch. Du kannst auch einfach so ein bisschen Klopapier nehmen und das so zusammenknüllen zu so einem kleinen, ähm, zu so einem kleinen Dings und dann kriegst du die auch sauber. Und das habe ich mal gemacht, als mir... Ich habe es mal gemacht, als ich im Zug saß und mir richtig langweilig war, weil ich mir dachte, boah, die sehen echt räudig aus, lass die mal sauber machen. Und seitdem gehen sie. Also meine Case... Naja. Aber ich wüsste jetzt nicht, was mir noch einfallen würde. Ich dachte vorher, du meinst ein bestimmtes Körperteil, sodass ich zum Beispiel anderen Leuten nicht gerne meine Füße zeigen würde, weil das ist jetzt auch so ein Ding. Also ich mache ja oft auch so... Ich habe jetzt kein Problem, meine Füße von oben zu fotografieren. Ich mache ja auch ab und zu mal so Bilder am Strand, wo man so das Meer so halb sieht und auch meine Füße, wie die da sehen. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, wo andere sagen, oh mein Gott, zeig doch nicht bitte deine ekligen Füße. Aber ich würde meine Füße niemals im Detail zeigen. Oder meine, wie sagt man, meine Nasenlöcher würde ich auch niemals im Detail zeigen. Also weißt du, ich würde niemals in einer Story so nah an meine Nase gehen. Aber Joey, das ist auch weird. Ja, siehste. Das tut ja auch keiner. Ja, okay. Aber okay. Ja gut, dann sind es bei dir einfach auch die Airpods. Okay, ich glaube, das ist aber bei vielen so. Ja. Das ist, glaube ich, so ein normales Ding. Okay. Weiter geht's. Joey, er ist eine 10 von 10, weigert sich aber komplett mit dir zu telefonieren. Er will immer nur per WhatsApp schreiben. Er telefoniert nicht. Gar nicht. Also grundsätzlich, telefonieren geht nicht. Egal mit wem. Er telefoniert nicht, nein. Ja, das wäre schwierig. Das wäre tatsächlich schwierig. Weil das sagt ja auch dann wieder viel über den Charakter generell aus. Oh nein. Oh ja, aber wenn er nicht telefonieren kann. Nee, 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 nee. Wir gehen jetzt nicht auf diese diepe Ebene im Sinne von, er kann nicht telefonieren. Er hasst einfach telefonieren. Er mag's nicht. Aus welchem Grund auch immer. Es ist kackegal, ob das Insecurities sind oder ob er einfach eine Abneigung dagegen hat. Aus anderen Gründen ist es egal. Er macht's nicht. Weil er irgendwie mal am Telefon erpresst wurde. Ja, ist egal warum. Es sagt nichts über seinen Charakter aus. Es ist einfach nur der Fakt, du kannst nicht mit ihm telefonieren, sondern du musst ihm immer schreiben. Dann muss ich aber jetzt noch eine Frage stellen. Wenn ich ihm nur über WhatsApp, wenn ich nur über WhatsApp mit ihm kommunizieren kann, kann ich dann mit ihm Sprachnachrichten hin und her schicken? Und wie schnell reagiert er? Reagiert er dann schnell? Oder ist das dann auch so, wie man herkömmlich auf sowas reagiert? Naja, schon schnell, aber jetzt nicht immer innerhalb von einer Minute. Also so ganz normal, würde ich sagen. Weil ich rufe ja jetzt Wolfgang auch nicht für jede Scheiße an. Aber wenn's dringend ist, natürlich rufe ich da an, anstatt ihm über WhatsApp zu schreiben. Aber wenn derjenige dann sagt, okay, dafür, dass ich nicht ans Telefon gehe, antworte ich dir dann auch sofort auf WhatsApp. Dann würde ich sagen, ist er nur eine 8 von 10. Wenn er jetzt aber wirklich so ein ganz normales WhatsApp-Verhalten dann bei mir an den Tag legt und ich ihn nicht erreichen kann, also nicht telefonisch erreichen kann. Nee, also bei was Dringendem antwortet er ja schon direkt. Okay, dann ist er eine 7 von 10. Ja. Weil wenn er ansonsten wirklich top ist und alles stimmt, so moralisch und so emotional, aber auch äußerlich. Ja, er ist sonst eine 10 von 10. Ja, dann würde ich sagen, dann würde ich ihn nicht nur wegen diesem einen Ding da halt direkt von der Bettkante stoßen. Aber es wird schon abfacken, ne? Es wird schon krass abfacken. Ich hasse das ja, wenn ich mit Leuten nicht telefonieren kann. Ich bin ja so eine kleine Telemaus, weißt du? Ich bin ja so ein Teletubby. Ich bin mittlerweile auch ein kleines Teletubby. Wie sag's dir? Es hat sich bei mir voll verändert. Ich bin normalerweise auch immer nicht so gewesen und telefoniere immer nervig und weiß nicht was, aber das ist einfach das Praktische. Ach, es ist so einfach. There's nothing over telephonating. Telephonating, so sieht's aus. Okay, nächste Frage. Telephonating. Okay, Joey, wenn du einen Finger verlieren müsstest, welchen würdest du nehmen? Boah, boah, das ist eine gute Frage. Also einer würde mir abgehackt werden quasi. Ja. Boah. Kannst du ja aussuchen, welcher. Also ich würde ja am ehesten, guck mal, du kriegst das ja auch, wenn du jetzt allein versuchst mit deiner Hand so jeden Finger einmal so einzuknicken, dann checkst du voll schnell, dass du das wenigste Gefühl hast im Ringfinger. Der ist irgendwie so am unnötigsten. Oder? Den kriegst du nie so einzeln. Wenn du versuchst, den Ringfinger einzuknicken, dann knickt der kleine Finger immer mit. Ja, Mann, geil, dass du das sagst. Ja. Und eigentlich denkst du dir so, ja, den Ringfinger will ich ja behalten, weil, guck mal, wenn ich heirate, da muss da mein Ring dran. Aber auf der anderen Seite kannst du ja noch an jeden anderen Finger stecken. Ich glaube, ich würde meinen Ringfinger köpfen. Also nicht nur köpfen, sondern komplett. Ich habe erst gedacht, aber den linken logischerweise, nicht den rechten, ne? Ach so, ein Finger von allen zehn, meinst du? Ich dachte, pro Hand. Ja, ja. Nee, nee. Okay, ja, dann den linken, ja, safe. Wozu brauche ich den? Der ist nur da, um schön auszusehen. Und meine Finger sehen eh nicht schön aus. Ich habe mir so gedacht, okay, am ästhetischsten, in Anführungszeichen, und am unungewöhnlichsten würde es, glaube ich, aussehen, oder am unauffälligsten, wenn ich den Ringfinger nicht mehr hätte. Mhm. Äh, ach, den kleinen Finger. Ja. Weil dann halt trotzdem noch alles so aneinander ist und du das halt am wenigsten, das fällt am wenigsten auf, als wenn du da so eine riesige Lücke hast plötzlich. Weißt du? Ja, stimmt. Das ist halt was anderes, so, als so, das fällt, finde ich, viel weniger auf. Ich habe nämlich, wie ich auch auf die Frage gekommen bin, ich habe letztens jemanden gesehen, der halt seinen kleinen Finger nicht mehr hatte und ich habe das halt die ganze Zeit gar nicht realisiert und dann erst irgendwann so, ach krass, da fehlt ja ein Finger. So, weißt du? Ja, krass. Und ich habe halt schon viel auf die Hand davor geachtet, weil der viel damit so artikuliert hat und sowas. Ja, wahrscheinlich wird es auch, ich glaube, meine zweite Wahl wäre der kleine Finger, aber ich glaube, in manchen Situationen, wo du es auch gar nicht so auf dem Schirm hast, brauchst du den dann doch für so Kleinigkeiten. Ja, ja, genau. Das ist dann halt auch das, was ich gedacht habe. Eigentlich braucht man den viel mehr als den Ringfinger und das ist auch beim C so. Den kleinen C, der ist so krass wichtig für dein Gleichgewicht. Das wäre richtig schlimm, wenn du den verlierst. Der ist viel wichtiger, als man denkt. Man würde nämlich normalerweise ja auch denken, ja, dann würde ich den kleinen C abnehmen, aber der ist so wichtig. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass du das ganz gut herleiten kannst, welcher C am unwichtigsten ist, wie viel Gefühl du da drin hast. Wenn du jetzt versuchst, so deine Zehen auch einzeln zu bewegen, dann merke ich auch so, im Großen und im Kleinsten, da kann ich, da habe ich am meisten Gefühl drin. Die dazwischen, die kann ich irgendwie nicht so alleine steuern, weißt du? Ja, also vom Fuß würde ich auf jeden Fall den mittleren Zeh nehmen, weil ich glaube, der ist am unwichtigsten für mein Gleichgewicht. So, der zweitletzte, der neben dem kleinen Finger, der Ringzeh, der ist, glaube ich, auch noch wichtig für Gleichgewicht und so. Der mittlere, der ist wirklich Wumpe. Also ich hätte zum Beispiel, ich würde niemals meinen Mittelfinger geben wollen. Ich glaube, der ist richtig wichtig. Nee, ich auch nicht. Also ich glaube, ich mehre mir auch ganz viel im Gesicht so rum. Nicht nur mit dem, also, ne, Popeln mache ich schon mit dem Zeigefinger. Ja, okay. Aber, nee, Mittelfinger hätte ich ein Problem. Aber Ringfinger, der kann weg. Den brauche ich, glaube ich, nicht. Ja, der kann weg. Den brauchen wir nicht zum Arsch abputzen. Den braucht man eigentlich nicht so wirklich. Also am wenigsten auf jeden Fall. Ja. Ja, sehe ich auch so. Joey, gibt es eine Frucht, die du verarbeitet magst, im rohen Zustand aber extrem eklig findest? Eine Frucht. Also wir reden von Obst. Also nicht, guck mal, das ist nämlich ja, ja genau, von Obst. So, bei mir ist es andersrum zum Beispiel, ist es bei Erdbeeren. Ich mag die in roh oder in unverarbeitet, aber verarbeitet finde ich sie meistens eklig so oder den Geschmack davon so, weißt du? Ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, der Geschmack davon richtig geil, aber die Frucht selber, nee. Also wo ich es auch so sehe wie du mit Erdbeeren, ist bei mir noch mehr sogar mit Kirschen. Kirschen finde ich richtig geil als eigentliche Kirschen. Aber so in Getränken oder Marmelade oder Joghurt finde ich Kirsche immer ekelhaft. Aber anders, warte, also verarbeitet mag ich es und als eigentliche Frucht ist so, ja, ich glaube doch, da haben wir schon mal drüber gesprochen, Himbeere. Himbeere schmeckt als eigentliche Frucht so, hm, okay, brauche ich jetzt nicht. Aber ein Himbeerjoghurt oder eine Himbeermarmelade ist richtig geil. Das ist so mein Favorite. Krass. Ja. Nee, ich liebe auch Himbeeren. Ja, Himbeeren sind irgendwie so unbefriedigende Früchte, weißt du? Ich liebe so Früchte, wo du so reinbeißt und dann ist so richtig saftig und du hast ganz viel, ganz viel Geschmack da. Und so eine Himbeere, die ist so, die ist erstens so komisch, die hat so wie so einen Teppich auf sich drauf, die ist halt nicht so glatt, sondern die ist so. Die ist so flauschig. So flauschig, das mag ich schon mal nicht. Und dann ist die auch so von der Konsistenz her, die geht dann in so kleine, die zerteilt sich so in ganz viele kleine Teile, was ich irgendwie eklig finde. Also nicht eklig, ich esse die auch gern, aber ich würde mir jetzt nicht im Supermarkt eine Himbeere kaufen. Die esse ich, wenn dann bei Oma vom Strauch, wenn sie gerade da sind. Ja, verstehe. Ja, krass. Bei mir ist es genau das Gegenteil wie bei dir. Ich finde Kirschgeschmack unnormal geil. Ich liebe alles Kirschgeschmack, aber Kirschen selber feiere ich gar nicht so krass. Erstens bin ich allergisch dagegen, weil es juckt immer. Und zweitens sind die so oft einfach viel zu sauer und noch gar nicht so juicy und geil, wie sie eigentlich sein könnten. Deswegen kaufe ich mir nie Kirschen. Ich finde die einfach mega anstrengend. Ja, kaufen würde ich dir auch nie, aber Kirschen... Aber ich kaufe mir alles Kirschgeschmack. Hä, aber warst du noch nie irgendwo mal, haben deine Eltern nicht einen Kirschbaum im Garten oder sowas? Oder deine Oma oder so? Kirschen können auch unnormal geil sein, natürlich. Aber ich finde es schwer, dass Kirschen unnormal geil sind. Also hier bei meiner Familie, hier gibt es im Dorf so viele Orte mit riesigen Kirschbäumen, wo ich, wenn ich mal im Sommer da wäre, wo ich da den ganzen Baum leer fresse. Und die sind dann auch, wenn die so richtig tief schwarz sind, die Kirschen schon, also richtig geil reif. Boah, schmecken Kirschen da geil. Ja. Aber ein Kirschjoghurt, Alter, im Leben nicht, Julia. Niemals. Boah, love it. Gab es auch auf dem Flug, auf dem Hinflug. Oh, war das toll. Ein Kirschjoghurt von Bauer. War toll. Ja, fand ich super. Fun Fact, wusstest du, dass meine Mutter Obst hasst? Meine Mutter findet jegliches Obst eklig. Und wenn ich ihr manchmal, jetzt auch zu Weihnachten haben wir so Mandarinen geschält. Doch, ich glaube, das hast du schon mal erzählt. Ah, okay. Wie hast du es gerade genannt? Was jetzt? Mandarinen? Was hast du gerade gesagt? Was habt ihr? Achso, ich habe verstanden, Marillen. Nein. Ich habe verstanden, ihr habt Marillen geschält, weil letztens hatten wir, als wir im Skiurlaub waren in Österreich, hatten wir so diesen Talk von wegen, dass Marillen ja dasselbe sind wie Aprikosen. Und wir waren so, welcher Idioten Mensch sagt, bitte Marille zu einer Aprikose? Ich wüsste gar nicht, was eine Marille ist, um ehrlich zu sein. Kein Plan. Ja, ich finde, Marille klingt wie so eine kleine gelbe Frucht. Ne, wie so eine kleine, so eine mini kleine, orange, wie so eine Physalis, nur ohne die Blätter außenrum. Ich finde, so klingt Marille. Das ist aber eine Mirabelle. Das ist eine Mirabelle, genau. Ist mir dann irgendwann auch aufgefallen. Und Mirabellen gehört zu den Pflaumen. Die schmecken wie eine Pflaume. Ich finde, Marille, das ist ja, nein, das ist eine Aprikose, das kannst du nicht sagen. Ist eine Marille vielleicht so eine kleinere Aprikose? Nein, das ist exakt dasselbe. Guck mal, eine Aprikose ist dasselbe. Achso, das ist wirklich ein anderer Begriff dafür? Ja, ist einfach nur ein anderer Begriff. Marille? Wir haben gerugelt. Habe ich noch nie gehört, das sagt doch keiner. Doch, gibt es super viel Marillen-Marmelade und so. Echt? Gibt es auch bei uns im Supermarkt. Ich kenne das nur als Aprikosen-Marmelade. Ja, nee, es ist fucking Marille. Hast du eigentlich einen Take zu Pflaumen-Mousse? Erstens, warum ist es Mousse und nicht Marmelade? So, warum ist es überall Marmelade und bei Pflaumen ist es auf einmal Mousse? Warum gibt es keine Apfel-Marmelade, sondern Apfel-Mousse? Und Apfel-Mousse ist ja nichts wie Marmelade. Weil Marmelade hat einfach eine ganz, ganz andere Konsistenz als ein Mousse. Aber auch Pflaumen-Mousse? Aus einer Pflaume kriegst du keine Marmelade so easy und aus den Äpfeln auch nicht, weil das ja nicht so Gelee-mäßig ist. Hä, aber du kriegst doch auch Marmelade aus einer Aprikose und wenn du es aus einer Aprikose kriegst, kriegst du es auch aus einer Pflaume. Obwohl, nee, Quatsch, eine Aprikose ist eher ein Pfirsich als eine Pflaume, ne? Ja, ich glaube, das geht nicht so leicht. Meinst du, es liegt an der Frucht? Ja, ich glaube schon. Ich dachte, man kann aus allen möglichen Marmelade machen. Du kannst es sogar aus Rhabarber-Marmelade machen, oder? So Rhabarber-Marmelade? Ja, aber vielleicht aus Pflaumen und Äpfeln nicht. Ich weiß nicht, ich habe es noch nie probiert, aber ich habe es auch noch nie irgendwo gesehen. Aber magst du Pflaumen-Mousse? Ja. Echt jetzt? Ich muss das mal wieder probieren. Ich habe es einmal als Kind probiert, fand es eklig und habe immer gesagt, ich hasse Pflaumen-Mousse. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es mir schmeckt. Nee, ist eigentlich ganz geil. Ist auch zu Kaiserschmarrn und sowas, ist das schon ganz geil. Nee, ey, da würde ich ja sterben. Try it again. Ja, am Ende try it again. Aber ich habe irgendwie sowas ganz Ekliges vor Augen, wenn ich daran denke. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe es nicht, als würde es nach Kacke schmecken, wenn ich es mir so vorstelle. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Aber ich weiß auch nicht, warum. Ja. Julia, das war doch mal wieder eine wunderschöne Folge. Finde ich auch. Ja, hat super geklappt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Resturlaub. Hab ganz viel Spaß auf Kopangarn. Dankeschön. Und ich habe dich lieb. Ich habe dich auch lieb. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit bei deinen Eltern. Und Leute, euch haben wir natürlich auch lieb. So sieht es aus. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.